Das ist ein Dreckst Ding. Na, na, na. Schönen guten Abend, meine Freunde, herzlich willkommen. Meine Freunde, heute ist es ein bisschen ein bisschen ruhiger. Chrissi ist schon da, Matthias kommt noch, der geht grad duschen und dann greift noch ein bisschen rein. Trio-Mode. Gucken wir uns mal den Beziehs an der Moody's. Hast du aber gestern gezockt, Diggi? Nee, nee, doch. Gar nicht, ne. Ich hab jetzt keine bestimmte Woche, keinen COD mehr gezockt. Ich hab mir viele Waffen genervt, gebufft, viele NZ genervt, KGM genervt. Das hab ich angeschaut, aber wie sie was verhält, keine Ahnung. Ich hab mal gesagt, alles durchgelesen, eigentlich. Ich hab die ganzen Meter-Waffen eigentlich genervt und trotzdem noch einen Meter-Waffen. Ich glaub, ich spiel trotzdem keine andere Waffen. KGM haben sie einen Recall genervt, NZ haben sie auch einen Nack-Modifikator genervt und der Mindest-Damage-Drop, aber auch wie bei der KGM. Marco und Glixen auch genervt. Fahrer halt gebufft, M13 gebufft, Kilo gebufft, Sniper alle gebufft. Was ist mit der Vargo? Vargo, Vargo-S. Kann man nur in Wenger momentan aktuell freischalten. Ich bin ein bisschen High-Range-Waffe, die kann man auch in... Hab ich schon beim Spieler aufgehoben und auch ein Leader aufgehoben. Keine Ahnung, der schnelle Feuerrad. Die habe ich gehört, geht auch, ne. Die hat eine mit den besten Waffen mitbekommen. Auf maximal Schadenstopp um zwei erhöht. Aber ob die wirklich jetzt was auf High-Range ist, ich weiß nicht, die schmeißen schon mal NZ-Decker. NZ-Blixen, NZ-Marco-Held wie immer. Obwohl die Marco eigentlich einen extremen Buff-Nurv bekommen hat. Die haben den Schadenstopp um zwei verringert. Das ist bei den Marco schon relativ viel, weil die eine hohe Feuerrad hat. Aber trotzdem habe ich heute die Marco gezockt und ich glaube, es gibt immer noch keine bessere. MP5 haben sie gebufft. MP5 haben sie von 7,6 Meter auf 10 Meter erhöht, den Schadens-Damage. Kannst jetzt auf 10 Meter ballern mit MP5. Hab ich vorhin auch eine gute Runde geballert. Letzte Runde Wind geholt mit MP5 und 16 Kills. MP5 und habe ich gespielt. MP5 im 13 habe ich gespielt. Der hat auch noch mal einen Buff bekommen. Und wo der im 13 vorher schon gut war, hat die noch mal gebufft. Ja, mal gucken, Alter. Ich habe mal so eine geile Klasse gesehen, eine richtig geile Klasse. So ein Volkssturmgewehr. So richtig auf Close Range. Die haben sie auch gebufft, Volkssturmgewehr. Volkssturmgewehr. In die Kita haben sie auch gebufft. Okay. Also wirklich viele eigentlich. UGR haben sie gebufft. Und ja, aber ich weiß nicht trotzdem. Ich glaube trotz dessen immer noch, wenn die ganzen Waffen normal gespielt wurden vorher. Eta Burst gebufft. Pharah gebufft. Krieg gebufft. Amex gebufft. Soll auch wieder gut sein. Ja, Volkssturmgewehr den größten Buff bekommen mit der Nikita eigentlich, glaube ich. Und war so fett genervt. SDG genervt. Cooper genervt. War genervt, ja. Jo. Wenn er wieder raus schmeißt. Probier jetzt mal Kilo und das Volkssturmgewehr, was ich da gesehen habe. Machen man. Machen man. Schönen guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, Dudes. Grüßt euch, Leute. Was war das hier, wo? Wenn ihr Bock habt, liked und teilt den Shit Dude, weil ihr wisst ja mit der Benachrichtigung ist ein bisschen buggy. Grüß dich Tobi, Uwe, Alduin, Martai, Janinchen, Christian, Ramona, Dominik. Guten Abend, ihr Lieben. So, mach ich jetzt für ne Runde noch mal. 13 und MP5 zock ich, glaube ich, noch mal ne Runde. Schau, gucken wir mal. Ich brauche jetzt mal die Ding in deine, keine Ahnung, Ghost Klasse mal mit rein. Welcher? Ich? Ne, ich, die ist Volkssturmgewehr. Okay. Ich kann nicht, vielleicht taugt ihr. Ich wiss nicht, also trotz dessen. Das Mufen, glaube ich, nicht so wie sein. Dude! Mann! Es geht, Ramona. Mir hieß es nicht, Judo. Mir ist besser als gestern. Danke der Nachfrage, meine Kleine. Danke der Nachfrage. Irgendwie geht halt mit Facebook nicht die Benachrichtigung kriegen. Die scheiß auf dem Handy funktioniert auch nicht mehr. Ich hab selbst keine Benachrichtigung gekriegt auf dem Handy. Wir sind so meine Kriege, wenn ich offline gehe, äh, online gehe. Okay. Oh Mann. Keine Ahnung, was da los ist. Na, bin Karl-Heinz. Grüß dich. Geht gut impression, ich bin mal ausgerüstetig. Ich hab' den Hybrid, ich hab' den A evangelistische Weg gemacht. Okay, gut. Du, die komm mal her, hier. Du, die, du die. Du, die. Du, die. Er hier. Ja. Hier, her. Hier, her. Hier, her, dude. Ich hab' den Mund gemacht, ich hab' den Mund gemacht, ich hab' den Mund gemacht, ich hab' den Der Hund spinnt doch schon wieder. Ja, da springt immer Timmy und die Frau an wie so. Echt, ja? Nein, nein, nicht weil er die Ball ist, aber ich freu, der ist so irre, der ist richtig irre, der Hund. Der nimmt immer seinen Kuscheltier und wenn du mit denen nicht spielst und irgendwann keinen Bock mehr hast, weil der wird nicht gut, du kannst aber hier fünf Stunden mit dem Ball spielen, der kommt immer zurück und wenn du da nicht reagierst, dann kommt er jetzt dein Kuscheltier an und drückt es dir so lange in deine Kniekläder rein, bis du das Scheißding immer nimmst. Der rennt hinterher und fängt immer voll mit dem Anlauf an, der Kuscheltier in sein Maul und dann drückt man das an eine Beine über, weil der da dran ist, so richtig nervig, der dicke, Alter. Richtiger Otto, Junge. Oh, Mann, Mann, der dicke Ding. Das ist nicht locker, ja? Nee, nee, du kannst ja nicht totkriegen, du kannst ja auf dem Acker hier fünf Stunden werfen. Ja, du bist doch wie Timmy wahrscheinlich. Na, sicher, Alter, der irre, Junge. Die zwei, Alter. Die streiten sich irgendwann mal um die Bälle, Alter. Na, mit Jenny, grüß dich, meine Kleine. Thorsten, guten Abend. Ich weiß auch nicht, was ich so zocken soll hier, Alter. Trotzdem noch Marco und Blixenwürze, Alter. Auf jeden Fall haben sie das Bild viel, viel heller jetzt gemacht, das ist schon mal tausendmal geiler. Nicht mehr so dunkles Vieh heller geworden. Ist das bei dir nicht so bei der Brille, dass du da rundherum die Dinger siehst, den Rahmen noch? Normal an der Brille hast du nie ne Brille auf dem Kopf gehabt? Nee. Das ist normal bei einer Brille. Bei der anderen Brille ist es noch viel schlimmer, weil der Rahmen ja viel flacher ist. Der ist ja schon relativ groß um das Brille-Glas. Hallo Timmy. Boah, hast du heute noch beim Pferdchen heißen? Hallo. Was schnickst du da noch im Kopf? Jetzt machst du den Bruder mit Papa seinen Stuhl. Und das? Das eh nicht. Hast du doch bestellt? Nein. Was ist dein Amazon, dein Name da? Ja, hab ich nie bestellt. Na ja, einfach bei euch kommt nicht auf dein Name. Ich hab nie bestellt. Ich hab nix bestellt. Komm mal her. Komm mal Lüfter aus. Hallo, guck mal da. Winke, winke, kleine Rappen, guck. Nein. Malo. Hallo. Nein. Wauwau. 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 Wauwau, hab ich verstanden. Ja. Hast du den Wauwau gehört? Der Dudie, ja? Sag mal Dudie. Hm. Du wauwau. 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 Wauwauwau. 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 Ja. Hast du was mitgeteilt? Ja. 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 Aber man muss jetzt spielen, arbeiten. Arbeiten, sag mal arbeiten. Hm? Hast du heute ein Pferd gesehen, Timi? Ja. Ja? Warst du da reiten? Ja. Aber wie ein Pferd. So toll da draußen sitzen. Na komm, Papa. Keine Angst gehabt. Keine Angst? Nein. Oh. Guck mal da. Ein großes Meer. Oh. Oh. Oh, toll. Ich kriege ihn jetzt weg. Komm, wir haben einen Hupfer. Ja, Papa. Sein Hupfer. Oh. Du kannst nicht alles in den Mut nehmen. Du kannst nicht alles in den Mut nehmen. Du kannst nicht alles in den Mut nehmen. Ja, meine ikon. Na unquote. Guck mal da discounten Schnell plead, warte. Bau aber wieder. Danke schön. Aber muss jetzt weitermachen. unseracke nehmen. Woll, das die ja. grob ich Acho. Ja, accountability. Das für die ja noch geht. Ja. Er möchte immer den Controller, ich weiß nicht, wo die ganzen Nippel wieder hinsen sind, die ganzen Sticks. Ah, du bist ja immer neu, ich zock da eh nicht mit dem Controller. Schönen guten Abend, ihr Lieben. Jo, ihr habt schon einige Schöße von hinten, man fegt euch doch, alter. Ich geh zur Kiste grad hin, ich seh das mal kein. Keine Platten, nix, kein Geld, nix. Boah, dann schießen die schon genau close vor uns, die gehen irgendwo. Na jo. Müssen die ficken. Geld im Haus, im Haus vor uns, mein Gott. Digga, woher sieht der mich denn, Mann? Hey, wie sieht der mich denn, Mann? Ja, ist klar, du fetter Fatzenbengel, Digga, Alter. Na, abend, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, grüßt euch. Habe keine Waffen gelösset, aha, okay, Mokos. Lötze Waffen. Ne, man sollte sich nicht für die Karten im Bauplan kaufen, weil man die Karten mal verändern muss. Und die Karten haben immer noch keine One-Shot-Waffe. Cool luck. Es ist Zeit, Soldat, mach sie. Digga, was, Mann? Ich bin doch jeden Schuss auf den Kopf drauf bei dir, Mann, du Zigeuner, Digga. Ja, Alter, ne, ich geh gleich wieder raus, Digga, ich geh gleich wieder raus, Alter. Geh gleich wieder raus, hier. Kann ich schon mal abticken, Mann. Wissen sich das, geh, mach Houdini, komm, Digga. Okay, eins, zwei, drei, Houdini. Digga, Junge. Sorry, Leute, musste mir einfach kurz mit meinen Sohnemann gehen, Mann. Der hat immer Vorrang, bevor das Fotzen-Game hier kommt. Dann geht's hier wenig besser. Nicht so viel besser als gestern, Leute. Kannst du mal den M13 zeigen. Ist immer dasselbe, Leute. Jede verfickte Waffe ist immer von Warsau ein Monolith-Scheidämpfer. Manu-Vordergeräufe, 60er-Magazin, Volk-Visier. Und der Lauf, der am meisten Range gibt. Und in dem Sinne Tempus Meisterschütze. Bei der Kilo ist der Hitzer, glaube ich. Ich glaube, ich schwöre lieber auf den M13 statt Kilo, was Reward angeht, was Caldera angeht. Ich glaube, bei Reward lieber Kilo. Ja, trotzdem sag ich noch, ich weiß nicht. Am 13 hat ja vorhin die letzte Runde gehabt, wo wir einen fetten Wind geholt haben. MP5 ist so ein Ding, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn da einer kommt mit einer Marco 5 oder einer Blixen, der wirklich jeden Schuss trifft, glaube ich, mit der MP5, die irgendeine Kürzerin. Weil die haben ja die MP5 nicht an sich besser gemacht, sondern einfach so den Damage-Drop auf Range halt auf 2,4 erhöht. Das ist jetzt nicht so der Seilight, ne. Ich glaube, ich habe einen Nacken-Multiplikator noch bei 0,18, aber... Den geht nicht, sorry. Und der Bot ist... Am 13 habe ich auch gar nicht einen Bot drin, Diggi. Ich glaube, es hat sich ein bisschen ausgedrückt, aber es ist nicht. Ich war unterwegs, Bro. Ich musste ein paar Sachen neu erledigen heute. Aber trotzdem, danke der Nachfrage, Brudi. Ich hoffe, euch geht es auch gut. Ihr habt ein schönes Wochenende jetzt vor euch. Dankeschön, mein lieber Roger, Diggi. Am Mutti, Brudi. Vielen Dank für deine 90-Sterne-Schnuckiputzi. Ah! Ach... Es ist die Zeit, um ein bisschen zu üben. Der Einsatz beginnt bald. Ich glaube, die Krieg ist auch nicht schlecht, Alter. Auch relativ stabil mit dem Rangerlauf. Yo, Alter, für euch Ladders. Auf jeden Fall immer noch KG und... Wenn Kinder Kinder trügen, bekommen bei RTL 2. Kinder Kinder kriegen. Ja, so ein blitzes Cookie und hier verblüht ist der ja nur, Digga. Ich guck gar keinen Fernseher, ich bin überhaupt nicht null. Wenn dann abends mal Autopsie oder hier... Wie heißt das, wenn ich meine Frau mal gucke hier? Ähm... Auf Nito, ich weiß nicht, das kommt ja nicht auf den Namen, Digga. Wo die die Mordfälle versuchen aufzulösen oder sowas. Guck ich gar keinen Fernseher mehr, Leute. Schon ewig nicht. Juckt mich auch nicht weiter. Habe ich jetzt hier eine M13? Ach so. Das Training ist vorbei. Ach, dass ich brauche. Guten Abend Sveni, grüße ich. Christian, Christian, Stefanie, schönen guten Abend. Guten Abend, Familie, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ich mache auf jeden Fall ein bisschen, Digga. Ich gestern schon nicht gestreamt habe. Will die nicht 20,5, 40, Michi? Da kommen zwei Teams mit, ich glaube ich drei Teams. Äh, ich gehe... Och du Scheiße, ich fliege weiter das Restaurant rein, das geht nicht, Alter. Recht? Ja, ich fliege hier runter erstmal. Ja, hab ich. Da ist keiner gerade. Aber wer da bist du? Nein, brauchen wir es so. Wollen wir die bessere Waffen. Sonst habe ich mal eine Mafi gefunden. Ja, ich glaube ich schau mal rein, Alter. Na warte, Gott, was möchte ich? Ich komme auch gleich. Oh, vor mir schon, Alter. Warte, 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 den hab ich gleich, hab ich gleich, chill, chill. Du bist reingelaufen, der Dude. Ja, ich muss wieder rein, ich muss wieder rein. Ich f*** dich, geh rein da in den Saftladen. Ist Ivargo S in grün? Markiere Stundengewehr zum Aufnehmen. Ivargo S in grün. Ivargo S in grün. Ich habe hier noch mal zwei... Ich hab da hier, was? Ja, ich glaube schon Kopfiger. Ist ja auch ein bisschen weiter. Weitere Drohne. Ich habe hier einen Laser gehabt, der Typ gemacht. Warte, Warte, den Scheiß. Du sollst die Waffe jetzt schieben, Mann. Heeeh, 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 heeeh. Ehrlich jetzt? Jo, Alter. Wann und das? Vorhin nach der Arbeit habe ich die Wankart mal runtergeladen und hab die Spritzweil. Ach was? wieder wohl schnell freischalten glaube ich nicht mehr ach was muss man da machen aber ein paar spiel runden oder ach so das sieht ja schnell ich glaube der bahn aber die war wenn ich schon mein kopf geht oder was wird noch ein bunker jungen zu ficken oder die neuen was weiter ich habe meine waffen mitgenommen man kann doch die waffen mit dem bros der akku ist der account derselbe wissen was ihr mal habt das soll wieder oben drin zwei leute ja auch keine bei oben ich weiß nicht dumm eigentlich komm 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 der slow get slow pushin alter nice ich hasse das halt wenn wir zu zweiter hochlaufen dann behindern wir uns immer ja das war grad auch so dick alter will ich doch ne bunker kannst du mitnehmen mein vago ist ein lila du nimmst jetzt ein lila mit chrissi wir können die kiste holen was soll ich denn hin wo ist eigentlich bus bauen bus bauen ist momentan auf der ersatzbank bro wo die slow die hund das mann molly renn alter brennt ihr voll zum brennt wenn er dich das von anderer von einzeln ich abgeknallt habe das ist ja auch ein hafen berg oben komm schon rein der ist schon drin ich bin ein happisch bro vom berg oben ja ha ha eigene waffen gab blicks und kgm hat sich nichts geändert digger nichts alles mal erstmal nachladen bro der hat mich angezündet der wichser ich brennen der ist außen bei mir hier ich geh rum ich geh rum ach dicker mann junge jetzt fotzen digger alter na marcel grüß dich nicole jetzt kämpfen sie verspotte den feind während du wartest zwei steine an die rübe sollten genügen und wenn man dieser scheiß berg ist immer dasselbe da unten ja immer dieser huren berg da alter jedes mal mann das ist krass dass die ganzen waffen nerven waffen jeder spielt die selbe scheiße wie vorher das ist doch zum kotzen naja einfach einmal probieren kommst du heute nicht mehr zu glaube ich chrissi mal einfach noch nicht hier geht es denn nicht mit der gulach los die scheiße melde dennis roger grüßt euch ihr lieben wenn du in der kaunty macht das ist ja selber schön dass du die waffen nicht hast marcus die giechen wird zu den alten einfach übernommen wenn du hier gewinnst geht's zurück aufs schlachtfeld ja kämpft er kämpft am spawn-up mann doch fotzen bengel digi alter mann was geht machen wir gar nicht so aggressiv und singen weiter die lieder grüß dich rafa es geht brudi wie geht es dir dank der nachfrage du kannst immer mal ein bisschen besser gehen aber hast du mal platten achso ich hab auch die älter ich komm zu dir runter nochmal du hast platten dann kann ich erstmal oben aufs dach fliegen ich muss erstmal die lage checken ja hm das missionsziel lautet das kopfgeldziel auszuschalten zinks aber wenn man hingehen digger muss da die bunker karte noch snacken wollen in den bunker rein ich würde am liebsten eigentlich gar nicht mehr daran laufen an den scheiß dann bleibst du kurz einfach hier ich hab mal wieder ein schick gefunden bleibst du kurz hier ich guck ob die bunker karte da ist ok 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 dass der Spieler stadt ok immer klar ich guck mal Da fliegen wir auch nicht mehr hin, da fliegen wir auch nicht mehr hin, digga. Nee, nee, nee. Das Falschstrungwehr ist komplett broke. Ich habe null Platten und ich habe den so weggewichst mit dem Ding gerade. Ja, warte erstmal ab, digga. Warte erstmal weiter. Das ist gut, das war ja vorher schon gut. Wir haben uns nochmal gebofft. Ja eben, deswegen ja. Ja, aber ich finde das movement nicht so geil, finde ich von dem Ding. Dann gehen wir zu anderen Waffen halt. Ja, aber du hast auch die auch gespielt, Junge. Die auch? Du hast auch die MW auch gespielt. Ich habe das Spiel einfach nur getestet, Bro. Wie ich teste, digga, man. Und hab ja auch gesagt, das movement ist scheiße, wie ich sie gespielt habe. Ja. Na, siehst du. Ich kann nicht ran. Meine Markus war noch mein Liebstes. Mein Markus, gutes movement, gute Feuerwehr. Da, bei mir ist Luft nach oben, Hamoudi, Digi. Aber ich will nicht klagen. Ich bin momentan schlechter wie mir. Florian, lustig, guten Abend. Ich würde einfach mal dazu gehen kommen mit einem 13er zu zocken mit einem MP5, Alter. Ich weiß nicht. Passiert grad nix. Ich bin auf der Seite aufs Maul. Auf die Schnauzen, Alter. Guten Abend, Ingo. Grüße. Guten Abend, Michael. Ich hab die als Sniper-Support drin und die Koopa hoch, Alter. Mach auch mit Spock. Die Spieler hat schon so einen Rückschuss gefühlt, Alter. Die ersten Schüsse, die da rauskommen, die verziehen übelst. Ja, ja, ich wünsch. Im Gegensatz zu der KG oder so gewesen. Die Koopa haben sie ja echt genervt, gerade extrem in Liga. Kann das trotzdem mal übelst gut spielen, Alter. Übelst stark noch, Alter, die Koopa, ja. Ja. Ich mein, das ist die Kilo, ja. Die Kilo finde ich Rückschuss nicht so krass, wenn ich ehrlich sagen. Also am Anfang, der Rückschuss am Anfang ist schon ein bisschen. Aber so danach, wenn du länger ziehst, nicht. Aber so die ersten Kugeln, die rauskommen, musst du schon ein bisschen nach unten. Ja. Der hat auch gar nicht wieder die Kilo gehabt, der Dude, Alter. Ich kann mir alle nicht klar auf das Movement, Alter. Die Vorbereitungen beendet. Zeit für den Einsatz im Kriegsgebiet. Abend, Alex, alles frisch. Ist die Kilo wieder ein Meter, oder eher nicht? Er kommt drauf an, Digga. Also auf jeden Fall ist die Kilo wieder so, dass so viele Leute spielen. Meter würde ich nicht gleich sagen. Aber auf jeden Fall mit weiter oben. Definitiv, werdet ihr einen guten Buff bekommt. Ich hab sogar den stärksten Buff überhaupt nicht von den ganzen Buffs. Aber... Ich weiß nicht, ob man alles mal sehr ernst nehmen kann. Selbst wenn ihr den fettesten Buff bekommt, ist sie trotzdem nicht die beste. Genauso wie NZ und KGM und Blixen und Marco, die den übelsten fetten Nerf bekommen. Und trotzdem sind die immer noch die Besten. Das ist wie bei der AUG damals. Sie haben so fünfmal genervt, bis sie wirklich tot war, Alter. Ey, der links Homton kommt. Jo, die haben jetzt raus. Erfieet. Ey, Tienz. Ja. Haben wir auch keine Einkaufsvermeidung breit, ja? Ja, brauchen wir nicht. Einkaufsvermeidung brauchen wir nicht, okay. Brauchen wir nicht. Na, Basti, Grüße. Da höre ich doch schon wieder welche. Ja, es sind auch welche, Digger. Aber zwei, drei Tiefs am Start, Bro. Ich weg hier das Haus rein. Ich glaub, der Gegenüber... Der Gegenüber von dir. Da kommt einer zu mir gelaufen, glaub ich, Chris. Schalte sie aus. Chris, die kommt zu mir hoch. Kann niemanden? Bei dir? Die beiden sich da. Einzünder. Boah, Digger, was für ein Geek, Alter. Ah, close, Junge. Ja, ja. Lose. Sind natürlich keine Platten. Lito, ich hab eine gefunden. Rucksack, Bro. Ich weiß nicht, ob ich da rüberkomme. Achso, vielleicht kriegst du keine Platten. Die sind hier drinnen. Kann doch zu dir kommen, wenn du willst. Komm rüber. Untot. Untot. Ich hier rüber, ich pushe die Wichser. Digga, zwei Leute sind bei mir, ich brauch Hilfe. Ja. Aber der ist die Platte reingehauen. Dann bin ich los mit da oben. Ach. Hier ist Lack bei mir. Schwest jetzt im Gulag. Überlebe um erneut ein... Lauf ein Arsch. Ein Arsch. Und uns schleiden. Ecke, Junge. Giegen rum. Und schwitzen. Läuft keiner ein so vor den Huren so, Digga. Diese Nerdkinder, Alter. Diese hässlichen Mann. Es gibt's echt nicht, Digga, Alter. Das ist nicht mehr normal, Digga, Alter. Eine Woche. Ich hab mich schon ein bisschen gefreut auf das Game, muss ich wirklich sagen. Aber also nur die ersten Runden schon wieder... Dankeschön, Rafa. Das wünsche ich euch natürlich auch, ihr Lieben. Ist ja wie es mir geht, Alter. Ich kann mich nicht mehr daran denken, ob ich das Game freue. Ich hab ja immer gar keinen Bock mehr drauf. Aber ich zeig's trotzdem. Die ersten 10 Minuten ist noch in Liebe. Danach geht's auf die Fresse. Du kannst deinen Gegner mit Worten oder Steinen verspotten. Ich bevorzuge Steine. Also Leute, natürlich das Treffen morgen beim Griechenfeld auch so wie es mir geht. Geht nicht zum Griechen, Leute. Tut mir leid. Aber macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Aber das werden wir mal spontan vielleicht. Nächste oder höhere Woche machen. Soll ja was Spontanes sein. Ich werde so saufen hier oben. Da, 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 da. Ich bin jetzt einen Kopf mit dir. Super drin. Boa. Nur eine Scheiße daran war? Unsere? Sicher ja. Ja ja, ich war schon draußen. Dann schützen wir mich mal! Tyler bin, warum war wir hier hinten? Ach du, Scheiße. Sollen wir Platten kaufen oben im Shop? Ja. Nichts besser Digga, also besser als Jester, nicht gut, aber besser. Scheiß Kotzerei sag ich euch. Was ist denn das für ein Schlamm? Was ist denn das für ein Schlamm? Aus dem See. Ach was, das sollte man trinken können halt. Digga, ich brauche Platten, Bro. Ach so, du hast Geld rausgelegt. Wenn man wieder fit sind. Was? Wenn man wieder fit sind. Ja, Schlamm, Sahne liegt hier. So, geil. Ist ne lustige Angelegenheit, oder? Oder? Ja, find ich auch. Ich hab auch nen Kofferraum Mate gekauft, den ganzen Kasten voll. Ich war im Marktkaufer, ich. Da neben Krenkelang hab ich 3 Bananen für dich gekauft, 3 Gin und den Rest Cola für mich. Ja. Wo hast du denn? Miu Miu, im Kofferraum alles noch. Ach dicker. Ja, bloß nach der Runde raus. Wie soll es doch nie ein Zoffel auf einmal aussehen? Halte dir eine hinter eine. Bombe in sicherer Distanz dekodiert. Nee, kannst du unten den Kuchang stellen, Hase. Geh runter da. Du kriegst ein paar. Timmy. Mama kommt. Komm mal, liegst du den Ballon fliegen da, oder wird? Wir haben jetzt noch ne Kiste unten, da gibt's noch was schönes. Eiltempo. Dein Elitetempo, Bro. Elitetempo? Nein. Ja. Dankeschön, Michael, mein Lieber. Lass mal auf den Seil einfach da runter, Digger. Zack, der Laser tot. Ich kann auf jeden Fall ne Drohne holen. Guck mal her, gib dir schon mal das Geld raus. Ist doch nix der Einkaufswagen. Wir haben da rechts die Kiste geschmissen, wir haben da rechts die Kiste geschmissen. Lass da hingehen, oder? Woden rechts. Ich dachte, ich hab da ausgehört. Nicht hoch? Da, da, da. Die sind an der Kiste dran. Ja, runter da. Die haben auf den Sniper und anderen Team, glaub ich. Was? Oh shit, Sniper abgekommen. Vor mir, genau, genau vor mir. Ja, warte. Wie soll der sein, Bro? Der wird grad von unten richtig penetriert. Ist im Zelt drin, ne? In dem Zelt? Da runter geflogen ist der. Ja, da hinten, ja. Ach, Digger. Aber gleich welche hoch. Da runtergefallen. Soll ich jetzt echt runter gehen mit? Ich wollte ja nicht runter. Oh, mit der Drohne schnell hoch. Ah, die ist nicht oben, glaub ich. Der Einkaufswagen oben? Doch, ne. Das ist unten, der Einkaufswagen. Das ist unten, Bro. Das ist auch unter dir. Genau unter dir haben die auf ihn geschossen. Na, dass wir jetzt rechts hoch kommen irgendwie da. Auch so. Ja, die kommen schon bei mir. Die sind bei mir hier schon, Diggi. Hinter den Stein grad auch zu, hier. Oh, Digger ist schon der zweite von denen. Die sind gut am Lasern, Bro. Die sind übel am Lasern. Hinter den Sniper noch, Digger. Ja, hinter mir. Die haben das hier drinnen grad ins Haus rein. Auch ein Schmorker. Musst du mir Platten geben, Bro? Ja, ja, ja. Hinter mir, genau. Digger, man fährt doch nicht, Mann! Jungen, du kannst ja noch fass' den Sohn, Digger, Alter. Ja, nee, Chris, Alter. Das will jetzt alle nicht zocken gleich, Alter, Digger. Ja, ja, die sind komplett... Es ist nur verschwitzt bis jetzt. Nur verschwitzte Scheiße ist das hier. Ich bin Bock mehr, Alter. Einfach durchs Zell gesprayt. Der hat ja der zweite ja gepusht. Unglaublich, Mann. Ob du da hinkommst oder nicht, weiß ich nicht. Ah, die wissen sowieso, wenn ich ihn hole, dann bin ich im Auto. Egal. Na, abend, Daniel. Grüß dich, mein lieber Frank. Grüße. Der Shop, rechts, rechts, rechts bei dir. Ja. Hat dich gesehen, hat dich gesehen, Bro. Andere Waffe, komm, easy wegsprayen. Ja. Der andere ist auch gleich runter. Komm, aufpassen. Sniper auf dich noch, Digger. Geradeaus zu, Sniper. Ich weiß nicht von wo, Bro. Wommeln. Was? Ey, Mann, Alter. Ohne Witz, Mann. Du kriegst noch nicht verloren. Ey, wie er da abkämmt die ganze Zeit. Ich folg's dir, Digger. Ey, ne, ich geh gleich wieder offline an. Kannst du glauben, das ist mir scheißegal gerade. Ja, dann auch sowas von. Geh, Fußbeigucken oder irgendwas, Digger. Warte doch nicht so lange, wenn du nicht da bist. Geh, Fußbeigucken oder nichts. Now, warte. Six, June, beef erstmalig. hallo seiner tini ja was der große färte reiten was soll den großen Ja, das ist ein bisschen. Alles gut Tanja, wie geht's dir? Servus Stefan. Servus Benni. Verlust euch. Verlust euch. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist denn jetzt los, Dicker? Tja, wir haben eine Verbindung getrennt, auch bei mir. Ach mein Gott, Alter, Junge, nee, ey. Dacht schon, kommst du hoch bis zum Spiel, nee. Dacht schon, kommst du hoch bis zum Spiel. Dacht schon, kommst du hoch bis zum Spiel. Boin, Felix, grüß dich, mein guter Benni. Hey, hello, Hubert, das Min, schönen guten Abend, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben, heute. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie es war euch, das Wetter. Bei uns ist es eigentlich angenehm, nicht zu warm und nicht zu kalt. Ich glaube, 29 Grad oder irgendwie sowas. Zeig mal, was sagt ihr da, den nächsten Tag. Heute 29 Regen, morgen 80 Prozent Regen. Eieiei. Und nächste Woche wieder 33, 34 Grad. Hör auf, Alter. Ich kann's echt nicht mehr, ich kann's echt nicht mehr, das Wetter. Das macht ein richtig schlapp und träg, die Kacke, Marco, grüß dich. Marco, sorry, Markus, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Dude. Ich hab mir jetzt mal Kaffee selber gemacht, das schmeckt echt geil. Kann ich dir irgendwann mal nur empfehlen, wenn du mal Kaffee trinken solltest. Das schmeckt überhaupt nicht wie Kaffee. Na klar schmeckt das nach Kaffee, aber es halt dann überhaupt nicht bitter. Weil das wird halt nicht gebrüht, das ist einfach nur ein Kühlschrank für 12, 24 Stunden. Übel geil, das schmeckt richtig lecker, Alter. Ach, ich glaube, mit Kaffee kannst du mich auch jagen, ne? Okay. Kommt nicht, Mann. Irgendwann wirst du mal sehen, was du das trinken. Ja. Warte auf. Wenn wir heute noch mal zum Spielen kommen, unserer Klassen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Matthias, er wollte noch kurz duschen, Junge. Man munkelt, Alter. Ich spring jetzt unter die Dusche und dann würde ich mich anschließen. Das war vor einer Stunde. Wahrscheinlich noch den Schleim abschleim von seiner Neu. Abduschen. Du, ich bin bestimmt zu zweit. Den geht wahrscheinlich überall jetzt hin mit. Mit einer Leine. Ja, wo der mit hingeht. Du, da stehen würdest du mir nicht halten, ich würde direkt an dir vorbeigangen, als ob ich ihn nicht kenne, ja. Einfach weiter hier im Dicke, Alter. Und dir noch schreiben, sorry, Bro, da habe ich keinen Bock drauf, Alter. Was ist das jetzt hier, Scheiße, weg damit. Nee, du. Bro, jetzt geht es ja rund hier. Bro, was ist denn mit meinem Aim los, Mann? Ja, viele zocken die LCC in jetzt, ja. Alter, ich denke, so hätte ich ein besseres Aim hier. Ja, Dicke, er snipe mich in der Luft, Dicke. Das ist ein Freak schon wieder, Mann. Hallo, beruhigt euch doch mal. Ich bin jemand... Oh, Alter. Warte mal, kurz feated der oder willst du mich ficken? Jo, alles klar, Dicke. Sniper ohne Scope, Dicke. Er hat einfach keinen Scope drauf, der Snipe. Ich habe es gesehen, oder? Ich weiß ja nicht. Aber Level 300 hat noch was. Ja. Keine Ahnung, der. Der snipet nur ohne Scope, Dicke, Alter. Alter, Alter. Ja, schon wieder merkwürdig, Broder, Alter. Legt dann kurz nach oben und gib dir der Headshot mit. Ja, und vor allem, der hat mich davor schon mal gelegt in der Luft oben. Ja, schon merkwürdig, Alter. Oh, ja, wir gucken rein, Leute. Oh, Speedcheat. Ja, siehst du, zu Dominion. Ähm... Das ist so scheiße, dann fliegen wir mal. Wollen wir mal wissen, das ist ebenso der Mocken-Schock. Nein, er fliegt auch nicht. Dankeschön. Hast du mal gekostet, Deins? Ich habe nur rochen bis jetzt. Es ist noch zu warm. Ich habe es gerade erst eingegossen. Okay, dankeschön. Ja, ja, wir kriegen wir hässlich. Wieso nicht, wo, Alter? Na, wir gehen auf das Haus hier drauf liegen. Okay. Dann hast du zwei da oben rein. Boah, eigentlich kein so schlechter Spot fürs Haus, ne? Naja, naja, wenn die von oben vom Berg uns ablesen, dann brauchst du halt. Brauchst du ne Platte, Chris? Mia, komm her. Ich möchte eventuell ne Platte. Irige Sau, du. Ja, was machst du denn erstmal zur Waffe laufmäßig? Vielleicht voll mit dem Plattenraderät hier. Ich habe einen Kostwagen gefunden noch. Platten full. Ein guter Looter eigentlich, wie sie sagt. Das ist ein Haus hier. Kann man nicht meckern. Ich will mal Selfie für dich hier. Echt guter Looter. Der Mann, 64 für ein Haus. Shop habe ich zum Werfen gefunden. Zweimal Selfie, eine Schlüssel gerade für den Bunker. Naja, ja, wissen wir nicht. Ich kann mal oben machen, aber ich glaube, es lohnt dir nicht, oder? Wissen nicht? Meinst du? Ja, hier, dann komm. Aber was ist die Brone? Die kommen schon entgegen? Die vor uns sind, meinst du, oder was? Die laufen doch weg. Ja, die gehen durch einen Ballon in die. Hast du gesehen, es gibt jetzt auch so eine Zip-Ballons zum Mitnehmen. Die ganze Aufstände einfach fliegen. Was? Echt? Ja, tragbare Mobile. Geil, Alter. Kommst du immer aus der Zone raus, Digga, wenn du keine Gasmaske hast. Das haben wir echt gut gemacht. Eis mit der besten, glaube ich, überhaupt, die sie eingeführt haben. Ah, da sind wir auch reingelaufen, Leute. Da ist auch Totenstille an. Die Lieferung ist dort unterwegs. Ich weiß nicht, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ein Noct. Granate ist raus. Ja, wo ist denn der? Hinter mir, hinter mir. Botenstelle. Der kommt. Bei mir hinten, bei mir hinten. Schildbrake, Schildbrake, Schildbrake. Wieder gute Hits. Nachladen und alles mal. Sind am Zaun, links von dir am Zaun. Am Zaun, links. Hä? Seht ihr nicht, Bro? Der hinten bei dir ist, der... Digga, was? Ich will keinen Hit, oder was? Willst du mir zählen? Digga, willst du mich rollen? Guck mal mein Damage an, Bro. Guck mal mein Damage an, Digga. Ich hab nicht mal einen Kill, oder was, Mann? Ich geh im Bunker runter, Digga. Bunkerkarte. Ich hab sonst nix. Keine Muni, keine Schilder, nix. Ja und? Ich geh trotzdem im Bunker runter. Digga, ach. Ich hab vom Berg runtergesprungen, Mann. Mit eigenen Waffen. Ich hab echt keinen Bock mehr langsam, ehrlich. Schon mal fünf Tage, ich nicht gezeigt, das war schon wieder für mich, oder? Einmal runter, du bist raus, Mann. Du bist nicht raus, Mann. Ach komm, eingebumst den zweiten auch noch fast, Digga, unten im Bunker. Digga, so ein Huren, so ein Team, Alter, Digga. Außen Damage, ich einen Kill von dem Fickwotzen, Mann. Sonst, wie geht's euch? Mensch, halt die Fresse. Was löst du dir? Mensch, willst du dein Maul halten jetzt? Halt vier Wochenende, da. So, dass ich morgen wieder arbeiten kann. Das ist doch schön, Mensch. Wie läuft's in deinem Blümchenland, Mati? Mein Blümchenland. Nee, ich auch. Ich bin da, dem und gehen wir wieder verarbeiten. Am Sonntag ein Stück auch. Ach komm, Mörder auf, ey. Hör doch auf. So ist es. Das ist mein Blümchenland. So schön kann's nicht sein, Mati. Ich bin schon K.O. Ja, du. Ich stört. Was sagt? Cool, ach. Digga, woher sieht der mich denn, Bro? Digga, willst du mich eigentlich ficken, Digga, Alter? Ey, ich geb dir keinen Gulag mehr, grad in diesem verhurten Fotzen-Game, Digga. Guckst du dir doch an, 1000 Damage, ich ein Kill, Alter. Leck mich einfach. Den bopten wir gleich drauf, ehrlich nicht. Alter, Servus, Florian, grüß dich. Eure Kiste liegt immer noch da, Alter. Jaja, ich bringe den Cluster drauf, auf den Bunker-Engern. Wahrscheinlich, achso, ein Cluster. Da sind unten die Bunker noch drinne, wahrscheinlich, oder? Gut, dein, ja. Ja. Danke. Bunker runtergucken, oder was? Oder oben drauf, so, ne? Ja, ich muss erstmal von oben mal gucken, kurz. Wahrscheinlich, wenn wir mal vor dem Berg irgendwo herhundschossen. So wie ich die mit der blicksten noch glättern habe, in der grünen Bunker unten ist die immer noch absolut krank, Alter. Ja, ja, Krabbelstern, aber hoch. Hast du den? Ja, du lockt halt. Der ist bei mir, Chrissi. Chrissi! Ja, ich flippe so aus. Nauzi hier, weil ich alle. Ich bin mal der Witze hier gerade in der Runde, Alter, Dicker. Na, Fickscheiße hier. Mensch, bleib doch stehen da oben jetzt, Mann. Ey, einfach raus. Einfach raus gleich, Alter. Einfach rausgehen, Alter. Junge, Junge, Fick mich das Game ab, gerade. Es geht los. Neues bei den Updates. Wie bitte? Was gibt's neu jetzt bei den Updates? Na, viel, Digga, Alter. Blixen. Ja, das gibt's ja nicht. Blixen genervt. Marco 5 genervt. NZ genervt. KGM genervt. Bar genervt. SCG genervt. Also, aber noch Blixen, ARK, NZ und KG. Das sind, glaube ich, trotzdem noch die vier Sachen, was wir schon haben. Kilo einen großen Buff, M13 Buff. UGR Buff, MP5 Buff, alle Sniper Buff. Ähm. Volkstrom gewinnen, Nikita Buff. Ansonsten, wie gesagt, woher kommen die ja fünfmal am Buffen, Alter. Ja. Ganz schön am Fluchen, bin mal weg. Rainer, schönen Abend noch, Diggi. Und tschüss. Alter, ne, Junge. Malzeit, Kevin, grüß dich, mein Lieber. Ja, Frank, sag mal nix zu, Frank, sag mal nix zu. Rainer, bitte klatschen, wenn er abgeschossen wird. Naja, sicher wird auch Rainer klatschen, Digga. Alles easy, Junge. Wollen wir einen Waffen wiederholen? Ja, das wäre sexy, Alter. Einer hübsch. Let's go, dude. Da kommt einer runtergeflogen, Digga. Der fliegt aber nicht zu mir, wie es aussieht. Der fliegt zu dir ins Haus, da, wo du gerade wiederbelebt hast. Okay. Ja, ich sehe den schon markiert. Ich habe hier einen mobilen Ding mitgenommen, Digga. Feinschuldigung, wieder über mir auf den Ding drauf, Digga. Ja, ich schätze, ich weiß, du verdickst. Digga, Chris. Ey, ne, hier runter oder leck mich einfach. Ich bin weg. Alles wird gut. Das war Pace, Alter. Ha, jawoll, Alter. Größer Phalaxi, die zusammengezockt haben, Alter. Was ist Phalaxi? Er zockt immer mit Phalaxi. Er zockt immer mit Phalaxi. Das ist der Pace. Das ist der Pace. Man. Achtung, Mann! Hä? Auftragen, Auftragen! Will das jemand graben? Ich fahre! Oh, mein Arme, Alex, Alter, what the fuck, Alter, so eine Runde, Alter, holy shit! Und wie viel war? Das ist nicht normal gerade, das ist absolut nicht normal gerade. Er kommt runter, tot, kommt runter, tot, kommt runter, tot! Bleib mal hintereinander, Mann! Jetzt ist der Game. Er muss jetzt erstmal zu Timmy gehen, Timmy muss sich erstmal ein bisschen beruhigen jetzt. Dann lass ich jetzt nicht. Du weißt ja, das Ding ist vollsturmgewehr, so wie ich das gebaut habe. Das Ding ist komplett geil, Alter, Mann! Ja, auf Close, oder? Ja, nur auf Close, genau. Eine gute Runde ist eine gute Runde, Leute, das ist eine gute Runde, Alter! Oh, 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 oh! Aber hallo, aber hallo! Lass mal abkuscheln, Alter! Ne, läuft richtig top! Hm? Hätte ich nicht verehnt, hätte ich ihn gehabt. Aber viele spielen jetzt die Dings, ja? Achso, immer noch die Blixen gewesen. Ja, ja. Hätte ich nicht verehnt, hätte ich ihn gehabt, 100 Punkt! Ich brauche eine gute Runde, kann mal die reinkommen, die alte Loris. Ja, ja. Er hockt dort in dieser scheiß verfickten Hütte drinnen, Mann. Was, willst du nicht reinkommen? In den ganzen Haus mitten in Timbuktu irgendwo, Alter. Mitten im Busch. Können die, Alter, können die. Er hockt da drinnen, Alter. Und kämmt, und wartet, und chillt. Ey. Kannst du dir nicht antun, ehrlich nicht. So ist das. Bitte um Einladung. Und noch ein Wunsch an einem Rinder, du König Krösus, Alter. Na, ich brauche schon eine Einladung, ja? Ist doch beigedreht, ne? Ja. Und Bier aufmachen, dann geht's los. Na, gönnen wir mal. Servus, Andi. Was ist das jetzt für ein Skin-Mecher? Was haben die da für Skins jetzt rausgebracht? Was ist denn das für ein Schädel, Alter, Dicker? Alter, ne. Neopal, wie die in die Waffe wird. Na klar, zu fairen Start. Jetzt, äh, können die ganzen Kinder sich den holen. Naja. Na ja, aber sieht schon fett aus, aber ach, äh, Alter. A45 ist auch dabei, aber sieht auch kacke aus. Naja, Terminator kommt ja auch noch raus. Na, war's dann? Ich glaube, der kennt mich für die Scheiße aus, Alter. Terminator. 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 Wir sind nicht bald besser, aber wir gehen gleich weg. Dann gibt's einen Rage-Cut heute und der war's dann hier. Dann könnt ihr ein bisschen was anderes gucken. Wieder komplett durchdrehen, Alter, Leute. Einfach ein Wooser und dich beruhig mal. Ja, ja, komm. Also in einer Runde hältst du auch die Fresse nicht halten. Ach, ich immer. Ach du, Junge. Du bist mal auf, warum ich jetzt hier? Na. Du, den es gibt. Ja, na klar, gerade du. Aber adesso. Nach dem位置, bis nach demes mal. Überprüft eure Ausrüstung und Wach. Wir brechen bald auf. was ist denn du hier du die du digger du die du es gar nicht mehr selber wurden oder täuscht das heller geworden viel heller ja ich wollte gerade die wieder einstellung habe ich mal so ganz normal wie es immer hatte ich habe nichts mehr gesehen weil es so hell war ist doch eh die lobbies alter ich habe keine filter drinnen oder ich habe mir die farbe wieder aufweisen dankeschön hat doch den köpfchen aber auch hast du super gemacht auf die ganzen dinge ich weiß nicht was du von mir willst ja er muss doch den kopf aufpassen ja ich bin jetzt genau mit dem teig machen die das juckt mich doch nicht alter ist hicken bock alter ist hicken bock wenn du dich da hinten fallen lässt im einkaufszentrum ich sag's dir lass die liegen alter ich soll bloß hosen wenn wir mit dem einkaufen gehen muss er immer hosenträger anhaben wenn er sich hinfallen lässt nehme ich an den hosen trinken rum grüße auch von stefan hase zurück was ja und welche mit genau unser viertel auch in unser viertel auch ja ja gut er hat mich direkt schon kann man nicht klar alles einen habe ich wenn er im haust bin noch einer hier bei mir ich brauche dich jaja jungen lasst mich doch mal ohne scheiß junge es kann gehen auf den sack der kanalige zocken die packe hier mann ich bin ja du ich bin solo alter auf den sack mann und die ist dämlich droffi jeder und ich krieg auf die fresse einfach die bleiben so ruhig war mann faktisch scheiß game junge und kaum lauf ich los bin ich wieder tot mann macht das scheiß ding alleine glich ziert mich nicht alter meine ich stehe ich denn auch im gullachtiger die junge lauf doch einfach mal zu fetter buster dicker mp 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 ja In die Richtung muss ich eh looten, was soll ich machen, vielleicht hab ich seine 6000 zusammen. Da drüben haben sie einen Job geschmissen, auf der anderen Seite vom Flugfeld, rechts vom Flugfeld, auf der anderen Seite drüben. Die pushen dich wahrscheinlich, ja. Aber ich geh jetzt zusammen jetzt. Ja, nie, gerade auch Richtung Lodi, gerade geschaffen. Na, Lodi war eigentlich ein Kinder bei uns. Guck mal, das ist dumm gemacht. Du hast tolle Platten, du findest, gehärtet und hast auf einmal nur noch dreiviertel Platten. Wahrscheinlich. Ja, ja, du brauchst weniger Platten als du vorher hast. Weil nicht die Drohnen, das war's jetzt, ich muss sprinten. Da ist doch nie gekommen, eh. Alter, nochmal gehärtet hier, markier ich mal für euch. Ja, da könnt ihr gleich noch einen Lodi mit holen, ne? Naja. Muss zum Einkaufswagen kommen, wir sind so schön. Da müssen sie mit der Drohne, aufpassen sie. Drei wahrscheinlich auch passen nicht demnach. Da kommen wir schon. Hinter dir, links. Hinter dir. Hinter dir, ja. Ach, komm schon, Mann. Ach, nee, Alter. Das Game bockt richtig heavy, Alter. Guten Abend, Markus, Daniel, Micky, Nippernfreundin. Grüß euch, ihr Lieben. Wenn ich hier jetzt zum Lachen bringe. Ist Timmy sein süßes Doody. Sage mal Duody. Dudi, sagt er, Dudi. Sag mal, Dudi. Der Mund da. Dudi, Dudi. Und sein kleiner, fetter Zeigefinger, da er dir auf den Dudi zeigt. Dudi. Und Auto, 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 sagt er immer. Immer noch Auto fahren, dann sind da. Auto, Auto, Auto. Eine Rutsche, die kauft zum Runterrutschen. Weißt du, der rutscht ja immer runter, nimmt seine ganzen Autos und lässt die Rutsche runterrutschen und freut sich, wie dir das geht. Wenn der Dudi trifft eine Foto, lacht doch noch mehr. Der ist richtig schadenfroh, Alter, Digga. Die ganze Zeit die Rutsche, du machst das aber sehr unten vorbeiläuft und lässt alle Autos runterkulern. Digga, ohne Scheiße. Grüß dich, Nikolai. Ach. Zack, das läuft schon irgendwann. Wie heute Solo, Junge. Nur Fresse krieg ich jetzt runter, man Sieg über mit 15, 16 Kills. Ist halt einfach nur noch verhuten, Dreckslobys nur noch. Warte, jetzt hätte ich mir meist noch auf den Sackchen gehauen, Alter, Alter. Ja, das kommt doch dazu, du. Solo, okay, du stirbst, gehst raus, startest neu, muss verwarten, ist aber kacke. Du, Digga, die Runden davon, die hat bestimmt alles hier, den Rest heute quasi. Also, das kann nicht schlimmer werden. Ich spring runter, tot. Ich spring runter, tot. Ich spring runter, tot. Ey, das gibt's nicht, Alter, Digga. Ich hab auch keine Chance gehabt. Ich war direkt drauf, der hatte inszenes Messer im Griff, wo er genockt war, inszenes Messer, der eine. Das ist aber übrigens, dieser Pace war auch einer der besten deutschen Spieler. Schön, warum haben wir den hier in der Lobby? Gestern oder vorgestern Solo wieder Eden drin gehabt und auch einen anderen Deppen, Digga. Der hat 47 Kills gehabt und du mit seinen Kollegen, Alter. Naja. Ich weiß nicht, was wir momentan mit den Lobbys los sind, Digga, Alter, keine Ahnung, vorgestern, wann das war. Stellan hat mir auch gesagt, die kriegen wir auch zur Fresse momentan, Digga. Kaum Videos dabei, die so hochladen können. Wer denn? Styler und seine ganze Kollegen schafft er. Die haben so viele Ami-Profis dabei, die haben die selbst gar keine Chance mehr, Alter. Naja. Ja, bis jetzt vorher, die Lobby-KDs bei 1,46 und sowas, die er bis jetzt hatte. Ja. Das ist krank. Hab geguckt. Die, wer hat denn? Ihr, warte. Ja, ja. 1,46, 1,44 und 1,36. Jawohl, Alter, also haben sich aber genauso haben sich angefühlt. Und der Styler, den Lobby-KD ja weniger, Alter. Und von allen anderen, die hier auch streamen, das ist ja noch nie. In unserem KD sind wir genauso schön, genau die Lobbys, was da das auch spielt. Ja, ich weiss, ja, ja. Ja, ich weiss, ja, ja. Ja, ich weiss, ja, ja. Aber vieles spielen wir jetzt VPN immer mehr und immer mehr und ich hätt's uns langsam auch verstehen. Obwohl ich das selber niemals machen würde, kann ich das aber verstehen. Weil das ist doch nicht mehr normal hier gerade, dicke, Alter. Hier geht's doch neben 100.000. Du kannst gar keinen Spaß mehr haben hier. Ja, das ist wirklich so. Das ist kein Spaß mehr mehr. Das ist nur noch wirklich zu beschützen. Deswegen, Alter. Viele verurteilen diese VPN-Lobbys. Aber letztendlich irgendwann verstehe ich's. Weil die Leute, die das verurteilen, die selber gar keine Ahnung haben, in so einen Lobbys zu spielen, wie das überhaupt ist, die können das doch gar nicht nachvollziehen, dicke, Alter. Die können da gar nicht mitreden. Warum soll ich kein VPN spielen? Keine Ahnung. Ja, die spielen doch... Nee, nee, jetzt bei mir auf. Bei mir auf halt. Trotzdem, wenn ich das nicht machen, dann hab ich keinen Bock drauf. Weiß nicht, keine Ahnung. Solange es halt nicht in Tourneys und so weiter ist. Keine Ahnung. Ja, ich mein, die machen das einfach... Übelst geiles Konzept. Letztens hat einer gemacht. Übelst geiles Konzept gemacht. Der hat ein normales Turnier gemacht. Also drei, also Trio-Turnier halt. In öffentlichen Lobbys. Wenn du, sagen wir mal, 30 Kills hattest, dann zählt deine Lobby-KD, die du hattest, als mal drauf. Ach so, das ist ja cool. Ja, 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 30, ja. Das ist ja geil, das ist cool. Das wird auch belohnt für die guten, glaub ich, halt, wenn du halt auch... Ach so, das ist ja geil, Digga, Alter. Das ist ein cooles Prinzip gewesen. Ja, was, wenn du aber weniger hast? Dann machst du ja minus, wenn du 0,8 hast. Ja, mei, hast du... Aber da hast du ja dann meistens auch mehr Kills. Okay, na ja, krass. Du kannst ja die besten Lobbys raussuchen. Das ist ja nicht mehr. Vor allen Dingen, Alter, von meinem Bruder, Alter, den hab ich dann Endcontroller gekauft, für 83 Euro. Nach einem Tag war hinten eine Farbe ab. Nach drei Tagen sind die Pendeltinnen abgebrochen. Nach drei Tagen, Alter. Was? Ja, von Endcontroller. Ja, aber bei Basti weiß ich nicht so genau, Alter. Nee, aber, Digga, nee, 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 glaub's mir, Digga, das ist nicht normal, Mann. Das wäre ich mir safe für mich, wäre ich da chemisch stehen. Lieber bei King wieder. Da können die Pendelt sich abbrechen. Eigentlich gelten die als gut, gell, diese Dinger. Endcontroller? Endcontroller gelten eigentlich nicht schlecht. Ja, aber wenn mir nur drei Tagen kaputt geht, in einem Tag die Farbe ab geht, Digga. Äh, sicher nicht. Warum werden das jetzt erstmal hier ein bisschen auf die Kacke hauen? Ja, bestimmt. Mit einer Munition und einer Gänsekeule, die hier wurden, am Ende gehen eine Waffe. Jetzt gehen wir mal was geiles raus. Sniper und eine K. Noch mal so eine Gänsekeule. Ich hab keine nachschönenigen Waffen. Digga, hier muss ja irgendeine Waffe, die haben das eine K, Alter. Ich hab eine Bombe, nur. Es ist eine K. Ich bin einkaufen, ich darf noch nicht. Ich hab keine Waffe. Ich habe keine Waffe. Ich hab jetzt eine Ridley. Ja, doch, doch, doch. Doch, doch, ich hab's. Gute Nacht, Timmy. Schaff, schön, du süße Maus. Bist du ein großer Frosch? Bist du ein großer Frosch, Timmy? Waaat, macht der Frosch. Winke, winke, Timmy. Winke, winke. Du alter Daumennuckler. Bist du ein Daumennuckler, wenn du bist? Ich glaub, das sind mehrere Teams. Ich glaub, das Kopfgeld ist ein anderes Team. Jaja, auf jeden Fall. Ja, schön. Das hängt oben, aufpassen. Ist ja schlimm. Und hinter der Skordiölle da. Tschüssi. Winke, winke, mwah. Geht's schon mal schon hoch? Was machst du Mäuschen? Wo sind denn die? In der Luftzehner. Dann hab ich angeschossen. Chillbreak, auf dem Dach draufgelandet. Da ist einer vor mir, vor mir. Er ist hier drinne. Ja, auf dem Dach M-Doch ab. Auf dem Dach M-Doch ab. Blauer Marker aufpassen. Genau beim Heddy, genau beim Heddy aufpassen. In deinem Hinderung, alle ist da. Splittergranate geworfen. Heddy, Schillbreak. Aua. Noch ihn noch, noch ihn noch, noch ihn noch. Da in das Kao, der andere ist weg. Hab ich, den anderen hab ich auch. Da muss ins Dach hier in dem Haus. Kann noch nicht probieren für dir. Rave, oder? Ist das mal gut? Ja, ja. Komm vor mir. Ich komme. Er kommt jetzt hinten raus. Ich seh den nicht, Digga. Hast du dich tappen? Hab ich. Team Vibe erst mal. Ey, ich hinter uns. Ich weiß nicht, ob du mich da rissen kannst. Vielleicht krabbelst du erst ins Haus rein oder so. Hinter uns kommen die nicht mit. Das fällt aber immer. Wir haben nur zwei Kills. Team Vibe. Wir haben nur das Kopfgeld. Ich habe das Kopfgeld. Oh, es kommt noch her. Komm her. Ja, ja. Noch ein Kugel gekriegt. Das war das Kopfgeldziel. Hab ich gekriegt, ne Kugel. Hätte ich schon da unten gehabt. Hä? Hau ein bisschen jetzt ab, Alter. Hast du noch eine Platte übrigens? Ja, ja. Natürlich, Digga. Das Gute daran, ich kann beiden wieder ein Problem rauslegen. Noch mal vier Platten. Hallo. Kennzeichne Panzer, kennzeichne Panzer, kennzeichne Panzerung. Adi, schon. Scheiße, hab ich nicht gesehen. Man wir auf Money, alles gut. Ja, ja. Platten hast du mitgenommen, Digga, ja? Ich hab mit dir noch mal alles. Ich bin voll. Dankeschön, Mikey, mein Lieber. Ich hab gehört, dass da ist auch ein Lodi runtergekommen. Okay. Lodi von den Gegnern. Unser Lodi liegt auch links, ja, ja? Unser Lodi. Ja. Mal gucken. Da liegen zwei Lodi auf dem Boden. Da gibt es irgendwie so eine Bombenflugzeuge wieder. Ganz keine Ahnung, Alter, Digga. Ein Luftballon, die du irgendwie findest, oder? Ja, ja. Das sind mobile Ziplines, findest du, ja? Sau übel, nice, Alter. Aber die gehen dann weg, wenn man die benutzt, glaube ich, einmal. Der Gegner, hier, 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 ich brauch dich jetzt nicht. Blauer Marker, einer hingeflogen mit dem Fallschirm. Ja, der ist am Lodi dran. Bei mir, bei mir ist einer. Hat ein paar Hälzen, Matti. Feindliche Drohne ist aktiv. Ist alleine, Alex. Richtig. Uptill, ich meine das K.O. Können wir mal Drohne kaufen, lass mal zum Shop kommen, Drohne kaufen. Oh, das ist alles auf dem Licht, ja. Das nächste waren, glaube ich, ganz normale Schüsse. Geld liegt am Shop, Dude. Dann lass mal zur anderen Kiste einen Ghost rausnehmen, bitte. Beispiel jeder Trottel mit Gamer in Drohne. Habt ihr noch einen Stack-MP-Modi, bitte? Ich hab 80 Schuss nur. Ja, ich brauch Sturmgewerken. Hier, Sturmgewerke. Okay, man kann hier alles geben, hier. Matti, MP. Ja. Achso, hier. Ich bin voll hässlich. Braucht er noch von euch ein... Nein, ich hab AR-150 jetzt. Ich kriege jetzt noch Faschen geladen. Okay. KGM haben so den Recoil genervt extrem, aber beim Schießen merkst du gar nichts. Jeep hinter uns, Jeep. Gute Hits. Gute Hits gekriegt, der Dude. Gute. Wollte hinterher, oder wollen wir die hier fighten? Hier am Fallschirm. Wir können auch am Fallschirm fighten, würde ich sagen. Der Jeep wird eh wegfahren. Kommen wir in der Drohne, okay. Das ist unsere. Hinter uns ist irgendwie viel los auch, Alter. Kommen wir, Ballon nach vorne auch. Drei Leute sind das zwei in der Hütte und einer. Die gehen jetzt in den Ballon, die gehen jetzt in den Ballon, alle. Die werden das gleich hochziehen, wahrscheinlich, oder? Nee, im Shop. Auf, eventuell. Das ist gerade genau, das ist gerade wieder down. Was? Der lag schon down, oder was? Digga, im Haus drinne. Im Haus drinne, Mann. Ey, warum bin ich immer der Assi, Alter, Digga? Warte. Ey, ohne Scheiß, Leute, Mann. Genau. Ich kotze ihn gerade, Alter. Das ist die Black Ops MP5, Marti. Den Bauplan findet man damals im Shop irgendwo mal früher. Bullock. Stopp. Peter Burst. Noch mehr, Marti? Nein. Ey, Digga, es geht nicht. Heute macht es echt, Digga, ich mache jetzt echt aus, Digga, Alter. Marti, Namen, grüß dich, mein Lieber. Immer kurz. Komm mal vor, die Ambush. Du hast rumgelassen. Ja. Da kommt's. Ey, Jungs, Alter, ey. Ich komme mir vor wie so ein richtiger Amateur gerade. Ohne Witz, Mann. Wie so ein richtiger Amateur, Mann. Willst du mich fragen, wie ich mir vorkomme? Der Amateur von den Amateuren. Alle drei laufen hin und ich kriege auf die Fresse, Digga. Das kostet mich richtig an, gerade das Dämm, Digga. Ohne Scheiß. Der eine hatte Ghost in der Scheißhütte drinnen, Mann. Ja, warum fies auf mich? Ob ich der Wichser bin, oder was? So, jetzt, ja. Das ist so. Thanks. Was macht er denn da? Steht dumm da wie im Big Side. Vielleicht hätte ich auch ja noch. Cool, da haben wir noch was für das. Das sind die Lupen, aber ganz viele Lupen. Guten Abend, grüß dich, mein Guter. Linderungsauf, Linderungsauftrag, Linderungsauftrag, ausrücken. Das ist auch schon wieder so ein Scheißhütte. Wo machst du das, Jan? Nur klar. War klar, oder wie? Nur klar. Was ist, liegt noch eine Kiste dran? Ja, noch einen Batzen raus. Jawohl, ja. Gut, ja. Da ist die Versorgungsstation. Das ist ja krass, oder was? Uuuuuhh. Das ist ja krass, Mann. Was ist denn das hier? Ah, ja. Na, mach's doch gleich so. Ja. Kannst du mit dem Seil hochziehen rechts, Digga. Ist schneller, oder? Ist so groß. Na, guck doch mal an, dass da rauskommt, Mensch, Krüsi, Junge. Also beide schon wiederholen, du Nulpe, du. Hab euch doch. Hab'n Rucksack. Dann luken wir in den Neustart. Du weißt, wer hat denn mehr Geld für euch? Du kannst alle bitte kochen, du. Na, ist ja gut. Ja, Digga. Du kriegst bei 1-4er, 1-3er, Team-KDs, Lobby-KDs. Das geht ja nicht mehr besser. Was willst du denn noch haben für Gegner, Bro? Das geht ja nicht mehr besser. Überall umgelude, überall Geld hier noch. Komm, ich leuchte, komm, wenn Matthias die ihn hol, ich die andere, dann tacke. Doch, ne Geld, ne? Nö. Aber kein Rucksack, bitte. Lächtes Ziel aktualisiert. Ich jetzt abschwerde, weil das scheiß Lugerassi aus, Alter. Dann könnte mir alle denn mal lecken, richtig schöne. Dahinter ist wiederbelebt hier hinten. Hier hinten wiederbelebt an dem Shop. Okay. Dann können wir einkaufen, denn... In deinem Shop hässlich. Von dir zu mir, okay? Ja, ja, weil du sagst... Wenn du sagst immer hinten wiederbelebt, macht's ja keinen Sinn. Ja, da haben sie wiederbelebt, denn. Komm ich hier nicht hoch, oder? Was ist das für ein Scheiß? Oh, da ist ein Bomber. Grüß dich, Dennis. Was ist hier? Ach, hier ist ja ein Durchgang. Ja, da gehst du nach unten, komplett unten kannst du durchlaufen, Dennis. Ja, da hab ich noch keinen Rucksack gefunden, sehr gut. Du musst trotzdem wieder hoch, wir wollen deine Kohle, jallah, jallah. Ja, ich kann mich ja durch, kann ich doch laufen. Ja, klar, kannst du durchlaufen, muss trotzdem wieder hoch. Das Gas weitet sich aus, Sicherheitszone verlegt. Ich glaub, hinter dir läuft einer rum, Garner. Ich weiß nicht, seht ihr da einen bitte oben? Was war das? Garner. Garner, der Heslein. Nicht every day. Every day am Hustle. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du , du, 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 du. Ah ne, ich will ja hier mal ein bisschen mein Stummgewehr noch mal testen. Sit auf lens 40 ein bisschen. Machen wir an, das ding. Erstmal die Sind die auch noch? Der hat doch da oben wie der letzte... Schneid mal weg den Wix, aber wir fliegen mit dem Seil hin oder so. Das ist auch blöd, Alter. Wo sind denn die? Das sind die gar nicht richtig. Wo sind denn die denn? Ich halte das Maul hässlich jetzt, Alter. Da hast du noch ne Scheibe hässlich, Junge. Der ist auf unserer Ebene, oder? Seh ich nicht genau. Ich glaub der war auf unserer Ebene. Da ist noch. Schild Hits. Schild Hits. Schild Hitschild Hitschild Ey Leute, ey komm jetzt. Quacken. Digga das Game zickt mich ab, Digger, Mann. Ohne Scheiß, mein Junge. Hier ist mein Wichser hier, Junge. Oh ne, ich hab keinen Bock mehr, Leute. Hab ich nicht. Ich hab noch so'n Dingspiel alleine danach. Machst absolut kein Bock gerade. Lass mal wieder zurück. Absolut kein Bock grad das Game, Digga, Alter. Junge, es kotzt mich so an gerade, Junge. Die Scheiße hier. Du hast gar noch Geld, ja. Alter ne, Junge. Fickt mich das Game ab, Leute. Es geht gar nicht mehr gerade. Das ist wichtig, dass für dich nur die Kunden amüsant ist, Digga. Ich meine, die Kunden. Was sagst du deinen Kunden, Digga? Oh, was ist denn das jetzt hier? Hä? Ich hab ne Facebook-Nachricht auf Arabisch gekriegt von Sarah Jane. Facebook. Ed Würstchen, hä? Was soll das denn schon wieder? Ein schöner gehackter Account. Ich hab wieder mal ne Kiste kopen. Ah, die Eierköpfe, Junge. Ey, kotzt mich so an. Alle auf die Ding, ey. Der kommt bei dir, bei dir, Matti, bei dir. Wir sind noch oben. Oh, Alter, Digga, ne. Nee, nee, nee. Ja, ja, die Spritze hat's gemacht. Hallo? Ja, oben, oben. Genau, hinter mir, rechts oben. Achso, aber wir haben, Digga. Grün. Digga, das Game fickt mich halt ab, Digga. Hast du deine Waffe schon, ja, gell? Jo. Ich trotze nur mal ne Kiste, Digga. Bei mir oben schon wieder. Digga, zwei Leute bei mir. Ich bin der Hurensohn, Digga. Der belebt sich wieder. Ganna, ganna. Noch einer von zwei. Der belebt sich wieder, Matti. Ey, Matti, was machst du denn, Digga? Ey, Leute, nee, Alter. Nee, ich geh raus. Ich mach Rage-König wie Solo. Das ist mir scheißegal gerade, Alter. Da hab ich keinen Bock mehr drauf, so auf die Runde, Alter. Könnt ihr an den Zehenden spielen? Ich bin den Scheiß. Da hab ich keinen Bock drauf, Junge. Oh, nee. Mach ich ne Runde vor, sonst gibt's so lange. Ist mir scheißegal gerade, Alter. Da bin ich beschissen, bin ich dann nicht, Alter. Da bin ich bei uns direkt. Ja, ganz vorne. Ja, ganz vorne. Ja, TTVs. Ist ja nur TTVs. Ist ja nur TTVs. Und zu zweitem Ende noch. Ja. 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 Also gut. Ja. 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 Ja, danke. Ja. Und jetzt ist ja nicht mehr schon ein Shit Break gekommen. dass wir hier haben sie da stehen das geben max mein lieber vielen dank der 100 sterne schnuckelhase wirklich vielen vielen dank braun ich habe ziemlich rollen oder was die alter wir sind ja auch wieder offen für alles hier und der lässt den kunden mit zugucken oder was dickerchen finde ich nice danke dir fürs zuschauen oder danke euch natürlich jetzt glaube ich kein bock mehr auf dieses scheiß drüber scheiße noch mal ein loadie holen ist hier so lange anders den reihenraten sagt hier wird das geht gar nicht komplett durch die kriege ich lieber raus muss man manchmal machen leute manchmal muss man einfach lieber raus sehen wir kommen noch komplett abtickt eine runde zum durchatmen eine runde zum durchatmen ob es hier nicht besser läuft in dem dorf ich glaube ich überblankt laufen muss hier in dem map das kacknest hier hinten rein fliehen wir haben das ich kenne mich hier nur aus leute ja warum alles spaß das ist der hauptsache das sind richtig die bischen das ist richtig mein schöner das war halt mit dem tätowieren ne du machst es ohnehin zu gut zu ende ist mir scheißegal gerade ja 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 was ist denn das nicht zu fett oder was das kann es kommt Okay. Yo, das ist nicht normal, wie die hier rumkämmten, Alter. In jedem scheiß verhurt ein Dorf. Kevin, grüß dich, mein Lieber. Warum war so ein Oma? Digga, das gibt's nicht. Guck's dir doch an. In jedem verhurt ein Drecksdorf. Wir bringen dich an die Front zurück. Schnapp sie dir. Verbündete Ausrüstungslieferung. Yo, der Wichser lootet mich erstmal in Ruhe. Wo soll ich denn jetzt da hinfliegen, Leute? Digga, von jedem Dach kriegst du einen Schuss ins Maul, Alter. Gedeulen. Gedeulen. Digga, von wo denn überall? Bro, meinst du hier ne Stimme mehr zum rumkämmen? Gibt's doch gar nicht. Digga, ich... Ruhig bleiben, Diggi. Bleib ruhig, Bro. Da muss man doch irgendwie hochkommen an das Dach. Digga, ich krieg von jedem scheiß verhurt ein Dach, ein Sniper in die Fresse, Digga. So unnormal lecker ist das Game hier. Was ist denn das jetzt? Kommt da so ne Supersoldaten runter oder wat? Ich spiele das Spiel nicht zur Entspannung. Ich spiele das Spiel eher, um richtig freizudrehen hier. Feindliche Drohne ist aktiv. Das ist ja für diesen Totenkopf dann da mit der... Jetzt haut der wieder ab oder was der Leuchtiger? Feindliche Drohne ist aktiv. Geil, eine S-Mine. Ich werd weg. Der Ballon ist jetzt auch kaputt. Es läuft. Das ist ne richtige Sniper-Huren-Map, Diggi. Damage ohne Ende, nur keine Kills. Das sind die besten 25. Fast an der Spitze. Das ist doch meine Karte, du Wichser. Keine feindlichen Treffer. Wir haben einen feindlichen Radarstörer in unserem Bereich entdeckt. Guten Abend, Steffi. Ja, ich eigentlich auch, aber manchmal fickt mich das Game richtig hart. Aber sowas von. Was hat das für Geräusche? Ich weiß ja nicht mal, wo man überhaupt hierbei gammeln kann. Wir sind nicht ein paar Kräuter. Wir sind nicht ein paar Kräuter. Wir sind nicht ein paar Jahre, aber wir sind ungefähr. Ich bin der Posten. Wieder Auferstehung endet gleich. Auf der Hut bleiben. Der Kultverlauf ist beendet. Alle Preise wieder normal. Alles klar, viel Spaß und ein schönes Wochenende. Lasst es schmecken, lasst es euch schmecken. Ich grülle euch jetzt auch richtig schön leckeren Grül. Wer wäre da dabei, Düt? Feindlicher Soldat in der Nähe. Feindliche Drohne ist aktiv. Ah, Alter, ich krieg ein Cluster auf dem Kopf. Ich würde mich doch aufficken, Alter, oder heute? Morgens Family Date bei mir, Schnuckelhase. Morgens Family Date am Sonntag wieder. Wo sind meine Waffen? Wo bin ich denn da gestorben, Leute? Bin ich hier irgendwo gestorben oder nicht? Oder war das hier? Hier war das. Lass mich doch ruhig an der Granate, Digger. Ich habe ja nichts getan, Digger. Was wollt ihr denn von mir? Matthias und Garner sind wahrscheinlich auch schon wieder in der Runde, aber ich konnte es gerade nicht, Leute. Ich musste rausgehen. Bevor ich noch richtig abticke und irgendwas sage, weil ich wir nicht so meine, da habe ich viel Bock drauf. Genau so war ich hier zum Beispiel. Ja, fix der ein, kommt der Nächste. Ich hatte schon eine Runde, war? Was meinst du? Ich hatte schon eine Runde, sage ich, war? Nee, nee, ich habe ja geschrieben, wir waren. Es ging gerade nicht, Digger. Ich musste rausgehen, ich habe mich abgetickt, Leute. Warum hast du euch sage, dass ich nicht so meine, ich lieber raus, Alter. Nee, Alter, sage ich gleich, wenn das Wetter verläuft, wie gerade eben, das spiele ich Solo heute einfach ein bisschen. Ich habe mich doppelt wie Sau, Gott, oder? Dann spiele ich heute lieber Solo, weil wenn das weiter so geht. Ansonsten kriegen wir nach Stress und den Nahen, das will ich nicht. Das, was du auf die Leute machst, das, was du mit Leuten machst, ist die bloße Unterhaltung, so wie du bist, bist du genau richtig. Dankeschön, Mikey, mein Lieber, bist du ein süßer Schnuckelputzi. Vielen, vielen lieben Dank, Mike, mein Guter, ehrlich vom Herzen, auch für deine privaten Nachrichten, dass du mir fragst, was geht und so, Schnuckelhase. Vielen, vielen lieben Dank, ehrlich. Aragon, grüß dich, mein Lieber, das wäre so ein Grill-Stream. Lad mich zum Grillern, ich komme vorbei, ich streame, du grillst, bin ich dabei. Und nebenbei stießt mir noch ein kleines Tattoo, du bist doch bezahlt. Ich bin zum Grillern. Wenn mich den Doppel auch doch mit dem Scheiß aussitze. Ja, es geht, Maxi, danke, der Nachfrage, besser als gestern, auf jeden Fall, du hörst der Stimme. Stimme ist nicht heißer vom Schreien, Stimme ist heißer vom Kotzen, Alter. Aber sonst geht's, danke, Nachfrage, wie geht's dir? Stefan, einen schönen guten Abend. Mal Ehrenmalki in den Chat rennen, Leute, let's go, Leute, mal Ehrenmalki in den Chat. Sorry, haben wir noch eine Kilo, Alter. Freund, wieso, Leute, Vormittag, man fragt so ein kleiner Schnückel, also im Chat, was hat denn dein Kollege da für ein Skin? Ich sag, das ist nicht mein Kollege, das ist Klaus, der Robert, das war so geil. Er kennt Klaus noch nicht. Machen wir, okay. Also, dann machen wir das so, müssen wir uns mal einen Tag ausmachen, komm ich mal rum, dann grillen wir schon, ich mach ein Grill-Stream, du grillst, ich laber und filme die Scheiße. Bin ich dabei, bin ich dabei, wird lustig. Die Lust der Angelegenheit. Bist du mit so ein paar anderen Kollegen aus Studios vernetzt, weil ich kenne auch Kunst und Kunst. Wolfsburg, Hannover, Berlin. Weil ich hab mal den ein oder anderen Friend. Friend, dude. Hey, scheiße, Alex. Dankeschön, Max, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, freue ich mich sehr zu hören, Schucki. Danke der Nachfrage. Euch ein natürlich schönes Wochenende. Und passt auf euch auch, ihr Lieben. Also, wie ich jetzt gehört habe, ist der Griechen morgen ausgeplant. Naja, Digga, so wie es mir geht, kann ich nichts zum Riechen hier. Ne, was wird mir das bringen, Bro. Sonst würde ich heute auch Alkohol trinken, anstatt nur Cola. Also, ich mach erst mal, wie gesagt, das für den Griechen rennt ja nicht weg, Bro. Das war ja eher so eine spontane Idee. Ich rede mit meiner Frau morgen mal, wir bleiben mal ein paar Tage durch. Dann machen wir erst mal das Subtreffen Ende Oktober, sicher. Und dann vielleicht morgen, äh, nächste Woche, vielleicht nochmal ein spontanes Treffen beim Griechen. Aber einfach nur spontan, Digga. Ist mir auch echt scheißegal, ob ihr Supporter seid oder Abonnenten oder sonst was. Einfach nur spontanes Essen war das. Das war jetzt hier nicht großartig irgendein Subtreffen. Einfach nur spontan, Kevin. Vielleicht nächste Woche. Ja? Ist okay. Da ist das Lied, Chrissi. Ja, aber du weißt doch vorhin schon, wie da gibt es nur die ein oder andere Leute, die kennen mich so nicht. Und heute, wenn es einem nicht gerade so Butter geht, Digga, dann flippt man halt einmal mehr aus. Leute, die einen hier nicht kennen, wir heulen ja rum, gehen aus dem Stream raus oder denken, ich bin komplett der Spaß, die juckt mich aber eh nicht. Manchmal kann man es nicht zurückhalten, wenn man so Fickrunden hat, wie gerade eben, Alter. Runterkommt, sterben, runterkommt, sterben. Alle drei rennen aufs Haus zu, ich bin tot. Komm wieder, der liebt sich wieder, ich bin tot. Digga, irgendwann Fick ich einfach ab. Nö, also Kadira macht's schon Bock, daran liegt's ja nicht. Ist ja nicht so, dass das Lied besser läuft. Der liebt gemeint, meine Kleine. Das machen wir schon, Kevin, die hier machen wir schon unser Ding. Das verspreche ich dir. Ja, ist mein Wort, Brody. Na, wenn Marco, grüß dich. Ja, zum Riechen muss ich Fick sein. Ich will noch nicht getrinken, einmal ein bisschen essen, lachen. Dann gibt's wieder mit Wunderwasser. Das gute, alte, klinische Wunderwasser gibt's dann wieder. Äh. Nutzt die Zeit, um ein bisschen zu üben. Der Einsatz beginnt bald. Ich weiß nicht, ich find die Kriegung nicht schlecht, Alter. Ich weiß nicht, die mit dem Ranger-Lauf, Digga, Alter, die ist übel schnell. Spielt, Blackie-Dudes, verzieht auch kaum. Und die military-Lauf ist zu dalle mit dem Recall und mit dem Ranger-Lauf geht übel gut, klar, die Waffe, Alter. Vielleicht zock ich jetzt auch noch mal. Blackt. Ich habe jetzt einen Sport-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport-Sport. Ich bin halt geil. Ne, läuft super heute. Also ist schon geil, so ein Job zu haben, macht schon Laune manchmal, wenn man so richtig Bock mehr hat und trotzdem weitermachen muss. Das ist schon etwas Besonderes im Leben. Es ist aber bitter, dass wir auch nichts anderes haben. Ne, weil man kommt doch nichts kleines raus. Ist denn los in den ganzen Publishern, Digga? Über Monate, über Jahre kommt kein einziges Game Wars, wer so richtig geil gehypt ist, wo man über YouTube sieht gar nix mehr, gar nix. Ne. Bevor du in das Game Wars guckst, ist MB2 draußen am 28. Oktober, da brauchst du übrigens mal andere Kurven, Alter. Ja, das liegt gemein, Chris, ich fiel viel in den Bank für eure schönen Worte. Wenn ich jetzt noch anfange, mich zu jucken, was andere da in den Chat reinschreiben, wenn die mich nicht so akzeptieren, dann ist es so. Mein Gott, wir spielen ein Spiel, wo wir Leute erschießen. Wenn ich da mal witzig, Huren und Wichser sage, mein Gott, dann ist es so. Bro, wenn der jetzt ernst nimmt und das so wirklich, wirtwörtlich so meint und sagt, irgendwann sagt ihm ja Unsinn zu dir, dann kennt ihn die Mutter noch nicht, dann bist du hier falsch bei mir. Bro, meine Güte, man rastet aus, man sagt Sachen, die man nicht so meint, das ist normal bei so einem Spiel. Weil der Klatsch und Lach, der ist hier falsch. Mann, 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 du. Überprüft eure Ausrüstung und Watt, wir brechen bald auf. So, mal schön herauszukriegen, wie der andere Toni, der Boxer da, der auch immer viel gespendet hat. Das filmt ja jetzt selber bei Twitch. Schön, dass man da herauskriegt, dass er zu anderen Leuten sagt, ich hätte ihn angerufen und das hätte ihn genervt, da hat er mich immer angerufen, dieser Vollhorst, Alter. Und ich bin hier rangegangen, aber schön, dass man solch was von eigenen Supportern hört, wie kann man so viel Dünnes erzählen, Alter. Junge, Junge, Junge. Bloß, weil ich die Leute nicht supporte und nicht raide, Digga, dann gehen die gleich wieder weg. Dann spendet halt kein Geld, wenn ihr mal eine Gegenleistung erwartet, Alter. Was ist denn das für ein Dünnschiss? Warte euren scheiß Alena auf, Junge. Ja, was das für ein Lappen ist. Boxer, das hat eine Viere, es juckt mir alles nicht. Einfach mal gerade bleiben, Alter. Soll ich so Dünnschiss erzählen? Ich komme eh nicht weit. Im Leben nicht, Alter. Es ist aber mehrere, leider Gottes. Das ist jetzt was bei den meisten so, die immer... Was ist denn das jetzt? Irgendwider. Ja. Digga, nee, Alter, kommt, Leute. So, das Game war neu, ganz kurz. Ja. Ich auch. Ey, den Abend Kadavrakatze, was geht, meine Kleine? Grüß dich, den Abend Burkhardt, Ronny, schönen guten Abend. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen der Spende, zuschaut, liked und teilt. Aber bitte erwartet die Familie keine Gegenleistung, wenn ihr irgendwie denkt, ihr spendet hier vier Sterne und dann heißt es nachher, Teacher, dann muss ich doch irgendwie raiden oder irgendetwas anderes. Mach ich nicht, Digga, ich raide gar keinen. Kein Streamer, kein, gar keinen. Und ich habe auch meinen Raid ausgestellt, sodass mich keiner raiden kann. Lass mich einfach machen, lass mich einfach mein Ding durchziehen und alle anderen sollen ihr Ding durchziehen. Was habt ihr alles zum Wochenende geplant? Schreibt es mal rein in den Chat, Leute. Was geht bei euch Wochen? Habt ihr was Tolles geplant? Timmy war heute Bahn, Timmy war heute reiten, auf dem Pony, auf seiner Mona. Und dann hat er so ein Feuerwehrauto gesessen, hat die ganze Zeit am Lenkrad gedreht und ein Ü-Tü-Tü-Tü-Tü macht mit seinem Mund. Einen kleinen dicken Lippen da vorne, immer so niedlich, Leute. Wenn Kinder so neue Sachen entdecken, Alter. Raiden ist das zum Beispiel, dass ich... Also Raiden ist eigentlich, wenn ich den Stream verlasse, dass meine Zuschauer in einen anderen Stream reingeschickt werden. Und zum Beispiel wollten die Leute halt, dass ich zum Beispiel sage, Jo, guckt mal bei den und den rein. Warum soll ich denn was sagen, was ich denn nicht möchte? Das war damals bei Twitch und so. Da war ich in so einer komischen Streamer-Community drinnen und da waren 50, 60 Streamer drinnen und die wollten, dass ich derade, obwohl ich das gar nicht wollte. Warum soll ich das denn machen? Warum will mir einer vorschreiben, wen ich zu raiden habe? Digga. Keine Ahnung, Alter. Einmal wenn ich zum Beispiel zu euch sage, geht mal bei denen in den Stream, guckt da mal hin. Keine Ahnung, Mann, Digga. Stream zwei, drei Wochen die Leute und denken sich, die haben 100 Zuschauer. Wenn sie die nicht haben, dann müssen sie erst mal gucken, was liegt es denn. Guck mal. Ach. Überhaupt nicht wie jetzt. Also Klausi ist motiviert. Klausi springt schon in der Luft rum. Klausi, beruhig dich. Die kommen gleich rein. Ich bin echt auf das neue CD gespannt, Alter. Ehrlich. Movement, Waffen, Grafik, Maps, Alter. Mal gucken, was da geht. So viele Leute sind schon auf Apex gewechselt, Digga, weil es nicht mehr bockt, Alter. Aber Apex reinzukommen ist viel zu schwierig hier zu nehmen. Ja, ja. Das kannst du knicken, Alter. Jeder, der vorher links gespielt hat, entweder spielen sie jetzt Fortnite oder Apex, Alter. Weil einfach viel zu viele Sachen hier nicht hinhauen. Apex von sich aus ist ein geiles Game, Alter, muss ich sagen. 10 Euro oder 100 noch was. Kann man noch schon kaufen? Kann man vorbestellen schon. Kann man mal die Beta zocken. Dankeschön, Stefan, mein Lieber. Vielen lieben Dank, Bro. So geht's nebenbei mit meinem Bruder und einem. Elbe Angeltour. Bist du dabei? Wo angelst du in der Elbe? Wo angelst du da? Woher kommst du? Alex, dein Fluch und wird sich in den Jahren auch bessern. Wenn Timi älter wird. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal im Bunker habe. Was ist mit Matthias? Was ist denn da los? Bist du am Rechner verkauft oder was? Ich bin da da. Ja, das ist der letzte da drin gekommen. Bis in der Lobby. Was ist denn da los, Bro? Ich musste da auch mal Schäme installieren. Musste gerne auch. Ich muss die Farbe noch ein bisschen tiefer stellen. Ich habe die Farbe so gelassen, Alter. Ich habe bloß ein bisschen an der Kontraste gemacht. Ich finde es so viel besser, Alter. Eien, Leute. Ich habe ja schon meinen Rage und meinen Fluchen komplett zurückgeschraubt. Also. Mehr geht nicht. Zum Engel kann ich nicht werden, wenn ich vorher im Teufel war. Du kannst ja knicken. Und mit Timi hier oben sage ich sowas auch nicht. Oh Mann, Go-Kart fahren mit Timi heute. Immer wenn wir irgendwo gegen hier fahren sind, gegen die anderen Go-Karts putt. Putt, sagt er. Putt. Der ist nicht kaputt, Tim. Der lernt übel schnell, Digga. Ohne Scheiß. Wenn die Tür unten zu ist, dass er die Treppe nicht hochkommt, dann kann er die Treppe nicht hochlaufen, damit er nicht runterfällt. Wenn die Tür aber offen ist, geht der hin und macht die Tür von sich aus schon zu. Das ist ja richtig geil, Alter. Dass der sich alles merken kann. Dann setzt er sich immer hin, sucht seine Schuhe raus, die Anfülle, bringt er seine Schuhe frühs, bringt er seine Weste, die er anzieht, seine Jacke. Der sucht sich alles selber aus, Digga. Ohne Kack. So richtig krank, Mann. Schlafen? Wie ist es mittlerweile? Bisschen besser? Naja, die letzten drei, vier Tage war es ein bisschen besser, aber so dass er durchsteht, bin ich. Aber bin ein bisschen besser geworden. Aus dem H2, genau, Digga. Ich kam ja auch eigentlich ursprünglich geboren in Usher's Leben und war schon viel in Thaler angeln. Sagt ihm bestimmt auch was. Sonja, grüß dich, meine Kleine. Bei uns kannst du auch angeln. Daniel, müssen wir irgendwann mal was machen. Das habe ich dir versprochen, Daniel. Irgendwann komme ich mit der Familie mal rum, Bro. Dinosaurierpark in Bautzen. Und Dinosaurierpark ist das ja auch geil, Alter. Für Kinder. Dinosaurierpark ist das ja auch geil, Alter. Dinosaurierpark ist das ja auch geil, Alter. Ist das was geil? Ich hab noch ein Bier und Küscher, oder was? Ich weiß es ja nicht. Zimmis Auto verrückt, der spielt nur in Matchbox. Der will nix anderes. Der spielt doch nicht mit Dinosaurier, oder irgendwas. Er spielt nur mit Autos. Danke für deine 100 Sterne, Chrissi, mein Lieber. Vielen lieben Dank, Bro. Damit suchen wir wieder ewig. Das Game steht nur was suchen, Digga. Ist einfach broke, die Scheiße. Seid für Feierabend. Bautzener, bester Senf ever. Auf jeden, Digga. Bautzener, Senf, blauer Decke, reicht aus. Schön aus dem Glas. Ich will nicht, ohne Senf kann ich auch nicht. Das ist alles mit Senf eigentlich. Das will ich noch, das wird nicht so ner Fresse. Dalo kostet auch die neue Spiel, was er streamt, ne? Nee, ich hab gar nicht mehr reingeschoben, Dalo. Auch nicht, aber der war immer so, dass er eigentlich die besten Games hatte. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, Adrian. Bloß bleibt mir leider nicht so viel Zeit fürs Angeln noch. Ich hab' früher sehr, sehr viel gemacht. Das ist wirklich noch, da kommst du runter, Digga. Aber das, das ist hier nie so'n Scheiß wie hier. Das ist ein richtiger Hassliebe. Du gehst online zwei, drei Minuten und nach zehn Minuten kriegst sie schon wieder ab. Da spielst du es trotzdem weiter. Ja, das ist so. Ist ja nix anderes da, Alter. Irgendwie freut man sich immer drauf, nächsten Morgen und nach zehn Minuten hast du immer keinen Bock mehr. Naja. Beim Angeln, entweder machst du schön einen auf jeden Fall nicht. Gucken musst du ja nicht immer. Ich bin meistens immer am Spinner und Blinkern oder so, da muss ich viel in Bewegung, aber einfach Köderfische auf Zander oder Wels rausgehauen, Grille an, Johnny rin. Einfach chillen, Digga. Das ist echt mal, das werden wir mal runterkommen. Jetzt mal Nachtangeln, überhaupt nicht. Aufgewacht, Digga. Die Elbe war einen halben Meter von mir weg. Riesengroß. Das Geräusch von der Elbe, denn die Sonne aufgehauen, das war echt chillig. Ohne irgendwas. Ich hab mir noch Liege ohne Zelt. Das war schön. Das ist doch einfach nur eine Vorrunde, Mann. Was ist denn los da? Haben die einen Lack oder was, Digga? Haben die einen auf den Kieker hier oder was? Ich hab nur ein bisschen Spaß haben, Bro. Kannst du knicken. Das wird dich schon legen, Alter. Das reicht. Ich nicht, Alter. Ich bleib jetzt da drinnen. Nee, Spaß. Wenn die rausgehen, dann müssen sie rausgehen, aber. Ja, das ist alles gut. Das stört so nicht. Oh, erwähnt es denn, wenn sich nicht stört, du Kacklappen. Ja. Gut, was war das noch nicht. Das reicht gleich, Alter. Das reicht gleich, Alter. Die Krieg geht echt schon gut ab, muss ich sagen, Alter. Ja, Krieg muss nicht laune. Hast du auch grad, oder was? Ich hoffe, ich hab die ganze Zeit Kriege zockt. Sofern dagegen, sofern man halt die Waffen hat. Na, also gar nicht. Ja, ja. Krieg macht schon Bock. Ich würde für dich arbeiten kommen, dass du angeln gehen könntest. Alter, das glaube ich hier, die ganze Jahr kommen, Diggi. Das sind meine Stundenlohe, die ich nicht habe. Strittenlohn gibt's nicht. Ach, das macht doch schon Spaß mit dem Himmel ein bisschen größer. Jetzt hätte er Bock zu angeln, interessiert sich dafür. Ansonsten wäre ich eine Frage, dass ich für Autos interessiert, so wie ich. Ein Autofreak ist das. Geht's denn in den Simi? Wo geht's denn? Ich würd's sagen. Gidget gleich. Okay. Wie immer. Also kurze Runde. Das finde ich spannend, was wir dann. Entweder aufs Marking oder Earlykills ballern. Da kommen auf jeden Fall welche mit. Ja, welche sind gut, Diggi. Mindestens drei Teams, Alter. Er kommt genau da rein. Die Mati hinter dir. Ich bin da hinter mir auch noch einer, Chrissi, unten. Ich bin sehr oben da, ja. Wir break einer. Ich hab euch Lack. Hier, Platten, Waffen, Gannerchen bei mir. Lack, ja. 15%. Oh, yo. Ich hab neue, Alter. Wie geht denn das? Bei uns lackt's extrem. Ich kann euch. Platten? Hab ich eine noch? Wir rausnehmen, ne? Ja, doch. Ne, mach, schlechstens. Oben drin im Campen. Draußen bei dir? Digger, was? Ich verbrenne, Digger. Ach, Chriss, ne, Alter, ne. Ey, das... Ey, du suchst 20 Minuten, du bist direkt wieder tot, Mann. Mit einem Feuerstich, sie sind fortzusorgen. Aufgepasst, du wirst schon bald hier raus sein. Aufgepasst, Soldat, du bist dran. Ne. Dankeschön, Maiki. Im Zweiser werden dir gut sein, haben sie gar nicht geändert. Im Zweiser werden dir gut sein, haben sie gar nicht geändert, im Zweiser. Die Amex, ja, die haben sie gebufft. Mitte ist da die hinterm Headwitz, oder in der Mitte bei dem schwarzen Ding, da bei dem Kleinen. Danke. Fass die mir! Kontakt, Kontakt! Für erneuten Einsatz. Dein Teammitglied hat versagt! Scheiß, mein reichen Scheiß-Drecks-Schädel, du. Blinder uns auf den ETV, Junge. Oh, Mann. Wann hat denn einer markieren-TTV drin? Ist irgendwas Besonderes denn? Ich kann nicht mal irgendwas markieren richtig. Ne, ich auch nicht für mich. 20%! 100 FPS und 20% markiert Verlust. Das ist aber komisch. Wenn ich was hab, bleibt ihr es nicht. Wenn ihr es habt, bleibt ich es nicht, Alter. Ist ja auch merkwürdig. Digga, zieh doch einfach den Fallschirm, wie fetter Wichser. Mal schon mal ein Batzen Cash. Noch ne Joll, ne? Noch mal Cash, Digga, der gleich wieder da. Aus der Shop. Und einen hier doch hier oben. Ja, da ist eine Versorgungsstation. Loll. Loll. Kein andern gibt es nicht, ne? Da fliege ich mit dem Ballon hin, Alter. Da unten wäre noch einer. Da ist eine Versorgungsstation. Da vorne fliegt doch schon einer. Alter. Dankeschön, Andreas, mein Lieber. Vielen Dank, kleine Steine-Schlokolade. Da hat der noch einer. Achso, siehste? Das ist ja wieder Buggy, alter Dicker. Da, bei mir? Da, bei mir? Jo. Aber ist schon länger her, anscheinend. Jo, macht Bock. Dicker! Jo! Alter, ne. Bleib locker. Es ist nur ein Spiel. Mach keinen Bock. Deswegen. Läuft schon richtig gut hier runter. Wir laufen doch richtig Bombe. Bombe. Ich bin leider wieder Zanderangler hier, doch auch Spinnangler. Also, Zanderangler, Digga, das macht am meisten momentan Bock, Bro. Kennste Zanderangler, oder wie heißen die? Ach, Herr Goldpatrick, vielen Dank für eure Sterne, ihr Süßen. Vielen für den Dank, Kamu. Die sind sorry für das verhorte Gameplay gerade. Momentan, da haben wir einen Lauf. Es läuft so richtig gut. Es läuft so richtig gut. Wie im Automaten zocken, Junge, da läuft es doch scheiße, man machte Kohle. Es läuft scheiße. Ne, so wie im Automaten, Alter. Ach so, ja, ach so. Ach, ne, da ist er einfach nur noch ohne zocken, da ist er nicht drin, Alter. Ist da denn nicht drinnen, Leute? Meint er, ne. Ist nicht drinnen raus. Ich hab mich echt so gefreut, mal ne Woche, weil wir endlich mal wieder bei euch zu danken sind. Nö, nö. Es ist sofort wieder weg. Ja, aber was sind denn das auch für Lobbys momentan? Was soll denn das, Alter? Junge, was ist denn da los mit dem? Was willst du denn da machen, ey? Ich gucke mir auch Spaß zocken. Ohne Wissen, das geht einfach nicht. SBM hat alles kaputt gemacht. Ja. Ja, die haben den Spaß kaputt gemacht, ey. Kann mir keiner erzählen, dass das vorher jetzt mehr Spaß macht. Für wen denn? Für gar keinen von, für gar keinen von den Leuten. Ja. Für die Anfänger wahrscheinlich schon. Ach, für die Anfänger, Digga, die Leute mit 0,7er-KT kommen trotzdem mit zusammen mit zwei, 3er-KT's. Das letzte Tropfen scheiße ist das. Die Anfänger müssen das so richtig ausbalancieren, Digga. Wir sind doch keine Profis, Mann. Irgendwie fehlt bei der Krieg doch ein bisschen, Alter, ich weiß nicht. Wenn ich mir hier die Lobbys von einem anderen Streamer angekriegt, der hat 0,99, 0,98, 0,95, 1,2,1. Dann welchen anderen Streamer? Ja, ich stelle ihm doch keinen Namen, das weißt du doch. Ach so. Hm. Ach so. Die haben auch eine mega starke, die haben auch eine mega starke KD zusammen, die drei. Ja, die spielen VPN wahrscheinlich, Digga. VPN halt dann vielleicht. Fallen sie sehen, meint sie nicht meine Spieler VPN. Haben sie doch das letzte Version gesagt bei dem, wo der irgendwie die zeigte, dass er irgendeinen Rekord gebrochen hat, das war da auch VPN-Lobby, Alter. Und ich sagte ja, jeder mag mich ja böse. Weiß drauf. Ich hab doch keinen Bock drauf. Ja. Es braucht eigentlich nur einer, oder? VPN war nur einer. Ja, andere Führer. Der Führer. Das erbt ja hier Arsenal oder was, keine Ahnung. Oder machen wir Docks hinten raus. Docks, Docks hinten. Ah ja. Genau, waren wir schon ewig nicht mehr. Nee, den steppen wir damals auch nicht so schlimm. Eben, ist einscheißig. Da runter, Digga. Könnte einen Peak runterfliegen, das kommt doch gleich raus. Naja, der Account von vorne anfangen, bringt auch nichts, Digga. Die ganzen Waffen hinweg sind, die gekauft hast. Ach. Bis denn, guten Abend. Nee, der zieht sowieso alles irgendwann wieder ein. Dann spielst du ein bisschen mehr mit noch mehr KD und dann bringt's doch überhaupt nichts. Naja. Machst du 100 Games, du bist in den vier in der Woche fertig, die 100 Games. Dann bist du eigentlich wieder in der Basel. Ja, sicher, Alter. Also, hast du ein 3-AKD oder so? Keine Ahnung. Ja. Also, unter mir, unter mir. Weiß nicht, ob er eine Waffe hat. Keiner. Lass bei mir hier raus, Chrissi. Schildbreaker hat er. Digga, bei mir schon wieder. Chrissi, komm, Bro. Wir sind drei Leute, Mann. Matthias, komm mal mit runter da. Ach, Digga. Ey. Habt ihr ne Macke oder was, Mann? Spiel doch damit unten rum, Alter, Mann. Ey, Leute, ne. Ohne Scheiße. Wir können ja nach Du zocken. Ich bin ja nach raus, Alter. Zock so. Ich hab grad grad keinen Bock auf die Scheiße hier, Alter. Nicht böse jemand, Alter. Macht wirklich grad keine Lust mehr auf die Gural, Alter. Mach keinen Bock, die Scheiße hier. Kann ich abziehen, Alter. Gewinne diesen Kampf und du kommst zurück an die Front. Boah. Guller. Beweise, dass wir es noch drauf hast, Soldat. Danke für eure Sterne, Stefan und Rimm. Pogala. Vielen für den Dank. Grüße gehen raus. Döki, Sebastian. Ich fliege euch so ein bisschen hin. Ja, der ist noch ein bisschen hin. Einen nur oder was? So, zwei, zwei Kisten, glaub ich. Ja, zwei. Digga, bei mir ist schon wieder einer. Ja. Pflück auf dem Vibe, Alter. Ja, bitte, Bro. Und du hast noch zwei Kisten da. So eine Platte für mich bitte. Danke. Noch mal einer hier. Der von Zanderkant, die kenn ich auch gut. Wir haben damals mein Auto abgekauft. Richtig guter Angler. Bollens Kiste gekauft da. Kann man Kopfgeld auch da machen hinten oder was? Da ist die Versorgungsstation. Wir winden das hier noch mal? Wir sind nicht. Kann ich hier Drohne aktiv, Bro? Lass lieber nach oben gehen, oder? Das werden nämlich die sein, die Kopfgeld die Kiste gesauft haben. Da ist die Versorgungsstation. Na ja, der Hinschoppt man daneben. Oh ja, Kopfgeld noch annehmen, schnell. Ja, die fighten auch hier. Bin unterwegs. Ungelootet hier, wie sauer es sieht. Da steckt doch nicht rum da, du Schweins. Wieder eine Drohne. Wieder eine Drohne hab ich nicht gehört, Bro. Noch klar. Muss bei dir vor dir sein irgendwo. Vor allem der Shop da noch mal. Bei den Sanddingern da. Das ist doch eine Scheiße, Alter. Machst du jetzt nicht? Wie kommst du, Bro? Ich hab hier noch eine Kiste. Ich hab hier noch eine Kiste. Ne Gold, ne? Eventuell ist ein Rucksack drin. Ja, Rucksack wäre noch für dich da, ne? Sag ich nicht, nein, ne. Ja, ich bin momentan so auf 180, Digga. Da fehlt nicht mehr viel heute. Dann tick ich richtig ab. costume. Weil die... Das richtig ist ja komisch in diesem Monat. Der möchte nicht ganz klein Arts rausheln... Oder sie wonnen Euch leggen. Also buenasكر Beta etstelle ich die anderes. Mit mir läuft das Alarm Formula Nach drei, throw one. Kannst du Mati holen? Ich habe so einen Einstiegs-Tropen gefunden. Kannst du trotzdem machen. Haben sie geändert jetzt. Kannst du kaufen. Haben sie geändert mit dem Patch. Ja. Warte, die der Kiste entgegenlaufen erstmal. Ja, ja. Filsi geht der wohin, Bro. Vielleicht klappt dir irgendwann mal ein Angel-Stream, wo du alles zeigst, Ausrüstung, Kütter und so weiter. Schwierig, Digga. Ja, aber gerade da, wo wir angeln sind, ist meist nie so gutes Netz. Aber ich kann das gerne mal so machen, zu Hause meine Ausrüstung zeigen. Die Karpfenangeln, die ich habe, die habe ich vor zwei Jahren gekauft. Absolut geile Routen und Rollen und Halter habe ich ein einziges Mal benutzt bis jetzt, Leute. Bissanzeiger einmal benutzt. Ich komme nicht mehr dazu. Ich habe einen freien Tag in der Woche und das ist Sonnabend. Und den nutzt ich für meinen Sohn. Und halt für Einkauf und Haushalten und so'n Scheiß. Wollen wir, Matti? Kannst du auch noch mal Platten? Wollen wir so optieren? Wollen wir mal Factory einfach oder wo wollt ihr hin? Oder wollen wir woanders gehen? Dann lass Grün laufen. Angelst du auch Marcel oder was? Hab ich 60 Schuss. Kannste alles haben, kannste alles haben. Ja gut, ich habe nur 60. Das Kopf geht auch holen können wie Idioten, Digga. Ja gut. Ja, wir müssen. So. Guck mal her, guck mal her. Hier ist ein Ballon zum mitnehmen, ich habe Totenschille schon. Die snipen auf uns von Docks. Die snipen auf Docks, bin mir nicht sicher. Ja, die snipen auf Docks für uns. Von links bleiben die, Digga. Doch, doch, Docks. Ganz hinten bei siem Kran, glaube. Die können sie sehen, Digga. Ja, 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 da hinten hat er gesniped. Bei uns ist glaube ich auch was. Ich glaube, vor uns ist er nach links gelaufen. Wo soll ich denn da ohne holen? Ja, ich bin da vorsichtig am Shop. Ich bin noch nicht immer in die Scheibe, du Fettbacke. Hier ist es, ich kaufe Winter. Ja, ja. Ich bin hier draußen, ich fahr dich bis Weihnachten. Hau raus mal mit das Ding, ja. Digga, wo sind die denn alle, Bro? Hier unten am Einkaufswagen. Da ist einer. Einer fliegt, der fliegt hier hinten runter. Ich markier mal. Live-Marker. Ja, lass lasern, doch, doch, doch. M13 lasert gut, Digga, aus der Luft. Was ist die Bunker? Die kommen jetzt ein bisschen hoch. Matti, mach das. Ey, wir mal runter da in die Bums, Snyder. Ich wisse auch nicht, Mann, ich bin juckig. Die Kämpfer schon abbiegen, welche Scheißminen das ganze sticken. Da kommt einer von der Straße, glaube ich, hier. Von dem Factory, ein roter Punkt. Wir sind unten, ich und Matti. Ja, hier. Ich und Matti sind unten, Bro. Ich bin safe oben. Ich geh hoch, zu hässlich. Wann wollte der nicht abgeknallt? Ja, von der Straße vom Factory kommt der. Ja, hier, grün. Ja. Schleck mich am Arsch. Komm, 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 komm. Oder alle Platten erstmal rein und dann. Wenn ich die mal sehen würde, die Wichser, Digga. Ja, der hat mir auch schon wieder so gebeamt, Alter. Ich hab den auch richtig low gehabt, aber. Von grün, oder was? Ja. Die kommen, die kommen geflogen, die kommen geflogen. Die kommen, die kommen geflogen. Perfekt, wenden. Oben auf Dach, oben auf Dach, Alter. Und vor mir im Bunker hier. Bei mir ehrlich. Matti, was ist denn? Ich bin doch tot. Dann sag halt was. Ich bin doch tot, Alter. Was hast du gesagt? Ich bin tot, Alter. Habe ich nichts verstanden, Alter. Ja, Digga, Junge, das Game macht mich kaputt grad, Digga, Alter. Viel Spaß, Stefan, mein guter und viel Glück. Was hat er gespielt? Blixen, wa? Ja, ja, Blixen. Ja, Digga, nice. Grüß den Nadientchen, meine Kleine. Mit was angelst du? Mit was für Sachen, Diggi? Mit noch Zander angelst? Diver? In meinem Bruder ist der mehr am Angeln drinnen momentan. Der angelt auch sehr, sehr gut. Da hab ich extra eine GoPro gekauft, ob ich da oben mein YouTube-Kanal ein bisschen machen kann, wenn man ein bisschen Geld verdienen kann. Das tut mir auch leid. Und mein Bruder kann wirklich gut angeln, Leute. Also, hol den Platte rein. Yes. Da ist die Versorgungsstation. Da, die, da, die, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Die machen wir eine Runde Reboot danach, vielleicht mit nem Random, wenn's nicht besser läuft. Geht ja auch dann. Danke dir. Und der muss die Beine runter. Soll ich zur Klupe? Kannst du den nächsten wiederholen, oder Diggy? Kannst du jetzt schon den nächsten holen, Bro? Ja, kann ich schon. Wir kriegen Raketenwerfer raus. Geil. Ja, aber bei mir sieht es noch ungelootet aus. Bei mir ist es auch ungelootet hier. Lootet noch kurz hier durch. Yo, zwei Kisten für Raketenwerfer. Es könnte nicht besser laufen. Eine KGM. Ich habe Geld gefunden, wir können einkaufen. Kommt zu euch. Ja, dann kommt zu mir. Das ist besser. Ja, ich kann zu euch. Ich habe gerade dieses Flink-Scheißen da drin. Ich komme zu euch. Was machst du da? Was ist denn das eigentlich? Was machst du? Ja, aber es ist ja kein Zufall. Du machst und kommst so ein Buch an. Was kommt denn hier bestellt? Hier? Ja. Achso, hä? Ich habe einen Kopfgeldauftrag gefunden. Also, man weiß nicht, woher es kommt. Ja, jetzt. Wir waren und tippen fürs Scheiden, na klar. Sehr schön. Kannst du dich frei rauslassen, dann ein bisschen. Über uns ist Kopfgeld, dicker. Ach nee. Geld habe ich auf den Shop gelegt. Soll ich kommen und gehen woanders hin? Ja, ich glaube, das schwieriger sich. Du machst immer ja dir alle, Mann. Ist ja schon scheiße, wa? Ja, lass den nehmen, aber lass den nicht schmeißen. Lass wieder hochgehen dann. Lass direkt wieder hinten hoch. Da fliegt den Heli weg, da fliegt den Heli. Ich hau es jetzt hier hinten. Da fliegt komplett weg. Ich schmeiß das trotzdem jetzt hier oben, altes Medial. Ich schmeiß das jetzt hier hinten. Da haben wir ein bisschen Deckung an den Zäunen. Das schießt auf uns, der Wichser. Bist du hässlich, oder was? Ob du hässlich bist, habe ich gefragt. Hab die MP-Moni ein bisschen, oder so? AR, MP. B kann ich 150 rauslegen. Was spielst denn du? Ach, du spielst ja wirklich doch mehr. Ja, genau. Mati, komm her. Hier noch ein Stack MT. AR habt ihr nicht? Ich hab 90 jetzt. Ja. Dankeschön. Auch ein Stack vertreten, aber ich spiel zwei ARs hier. Ne, behalte, Mann. Du spielst zwei AR, Digga. Besser behalte, Mann, als was wir brauchen. Autofahren? Du hast doch den Ballon, hast du doch, oder Digga? Ja. Dann hab ich auch noch. Aber ich würde den lieber irgendwo anders nutzen. Wir wissen ja gar nicht, wo wir jetzt hin sollen. Doch, zur Krone würde ich sagen, oder? Ach, zur Krone, ja. Ohne da oben hin, ja. Sag doch, wohin, sag doch. Hier ist doch nicht irgendwo, wie ich jetzt hier nicht hab. Kann man, wo wir zu sterben, Alter. Vielleicht können wir hier noch eine Krone holen, oder so. Ach, ja, ja. Wie kann man das Flugzeug überhaupt so ein Looping machen? Das war das große, war das. Ey, Benni, mein Lieber. Vielen lieben Dank für deine 100-Sterneschnuckelhase. Ich bin zurück, deine Lieblingswaffe läuft nicht gut. Ne, läuft halt nicht so gut. Das ist wie heute morgen. Und dann eine Soto-Runde Rinden davor, da ist beschissen gelaufen, Alter. War es eigentlich die KGM oder die UGM, die du so gut findest? Die KGM. Die KGM und NZ sind immer noch ein Meterwaffe, wo die genug führen sind. Also es wird immer noch kein besseres Stromgebiet, glaube ich, geben. Wenn das jetzt so darum geht, halt wirklich um eine Time-to-Kilometerwaffe. Trotzdem könnt ihr aber eben 13 spielen, ihr könnt Kilo spielen, ihr könnt Fahrer spielen, ihr könnt Krieg zocken. Oh, Spätzle. Spätzle, aber das ist kein gutes Omen. Hau dir mal eine Platte rein? Ja, stimmt. Das ist kein gutes Omen, ey. Das ist kein gutes Omen, ey. Rändliche Drohne. Möcht euch mal ein bisschen, bitte. Danke. Ich geh zu dem Ballon, glaube ich, oder? Ich hab' noch eine Kiste, vielleicht können wir gleich eine Drohne holen. Es fehlen noch 3.000, du Hässler. Ja, ich kann noch billig kaufen. Also, 4.5. Ich hab' noch eine Kiste hier drinnen. Eine Bunkerkarte. Oh, kein Geld mehr. Ich hab' noch mal ein bisschen Kohle. Was brauchen wir noch? Ich hab' noch mal eine Kiste bei mir. Wo ist er denn? Hier, reich, das reich, wir können einkaufen. Ja. Linderer Perk. Ausrüstung gekennzeichnet. Ich finde, die Cooper ist kein... Ne, ist auch nicht. Die haben Cooper, die haben KGM, NZ, gerade die KGM extrem im Recoil genervt. Du merkst gar nichts davon, Digga. Das ist genauso wie bei der NZ und bei der Marco oder der Blixen. Die werden sie morgen und morgen noch mal patchen, noch mal patchen, bis sie so genervt, dass man sie nicht mehr zocken kann. Hau ich raus, oder was? Naja, wir können ja noch in Richtung Ballon gehen, dann kannst du da raus, dann kann man die Kopfkert noch annehmen, wie ihr wollt. Hau mal raus und wir gehen zum Kopfkert, würd ich sagen. Ja, naja, was willst du sonst machen? Wir müssen jetzt in der Zeit wegrennen und... Wiss ich nicht, Alter. Looten mal ewig rum, sterben denn wieder. Hast du die Gegend nicht, hast du das da oben? Dann lauft ihr zum Ballon, ich komm dann zum Ballon gleich. Du musst den Kopfkert annehmen. Ja, ich komm jetzt damit alles gut. Ich hab Bock jetzt ewig rum zu looten. Kaufen sie jetzt die Gerone, es hält voll, an dem Schock kaufen sie gleich die Gerone drauf. Ich hab's nur nicht groß rauszunehmen, wie am Anfang, Alter. Ah, man sieht ja auch die Gegend da oben. Dankeschön, David, mein Lieber. Vielen Dank für deine Sterne, mein Schnuckelhase. Einen wunderschönen guten Abend, David. Wir sind auch die Wixer. Wollen wir mit dem Ballon hinfliegen? Wollen wir mit dem Ballon hinfliegen? Was? Wir haben ja noch einen, siehst du, oder? Ja, warum nicht? Wir wollen mal sterben, Alter. Jo. Noch mal neu werfen. Wir müssen auf gerade Fläche werfen, Bro. Hier, guck mal, hier oben hin. Orange Marker. Also können wir von oben abfucken. Ne, doch nicht. Der meinte ist ein anderes Team, auf grünes und zweites Team. Kriegen wir runter, ja. Ich feil. Ich hab' keinen Bock mehr. Ich glaub, ich schau uns den Fußball an, Alter. Ich hab' nicht mal schon so süß an. Dicker, Mann, Mann! Matti, der ist bei mir, genau vor mir close. Keine Chance. Blixen. Ne, Leute. Ich weiß auch nicht einer gerade. Ja, das ist eh ein bisschen Cheater. Guck mal, ist das... Guck mal, ist das Cheater, oder was? Ja, ist kein Cheater da, auf jeden Fall. Ich bin ja der Diamati-Tarnung. Damask-Tarnung. Der Blixen. Ja, ich weiß nicht Leute gerade, also keine Ahnung. Nö, kein Dimmer, ich geh da noch raus. Ist gut. Warum raus, hä? Ja, jetzt ist es nicht Punkt halt hier. Und den willst du... Was hat das damit zu tun, dass du rausgehst? Verstehe ich nicht. Ja, einfach nur lobbyst du nicht. Ach, für dich? Ach, dann spiele ich Solo. Was soll ich machen? Oh, Mann. Ändert sich doch alles nichts hier gerade. Äh, Entry Ciala, bitteschön. Warum bitteschön? Bist du schon passt, Schnuckelhase? Guten Abend, André. Der vor dir. Was? Ey, Kali, was geht denn da? Was für eine Bombe, Alter. Mal ehren Kati in den Chat rein. Vielen lieben Dank für deine 3.000 Sterne. Vielen lieben Dank, Kati. Freue ich mich sehr, sehr doll darüber. Einen Schmatz aufs Auge, Mäuskin. Warum wird hier so komisch an zwischendurch, Digi? Ich weiß nicht, ich kann es selbst machen. Die Falten da oben. Rechts, rechts, rechts bei dir. Chris Klaus. Chrisi Klaus. Was? Die kommen, die kommen. Einer hustet schon. Nachladen. Nachladen. Noch einen Kill gekriegt. Äh? Das war der von oben, oder was? Ja. Das läuft. Auch ein anderes Team wieder. Das waren zwei unterschiedliche. Mit der Beine. Ja. Ist die jetzt weg, oder was? Eine mach ich noch. Mach die du auch, oder? Mach die jetzt weg. Ich bin raus. Ehrlich jetzt? Jo. Okay. Ganz lau gestresst. Und jetzt nicht noch. Das müssen wir das nicht dann tun, hier. Diesen stressen. Schönen Abend, ja? Dir auch, mein Lieber. Tschö, tschö. Ciao, ciao. So schnell geht's im Stammteam. So schnell geht's im Stammteam. Ja auch, ja. Spann, dass noch am Anfang mal rin gekommen ist auch Alex von Bisten so gestresst. Lass das Spiel nicht so sein. Ende. Heute Abend geht er raus. Geil, Alter. Jetzt fühlt das mal richtig. Adi, vielen lieben Dank für deine Sterne, meine kleine Maus. Eventuell am Rand der Zone spielen, Diggi, wir sind Pusher. Wir spielen nicht auf Win, wir spielen auf Push, auf Kills. Und Diggi, das hat mir nix damit zu tun. Du kannst aber am Rand der Zone von zwei Teams nicht so recht auf die Fresse kriegen. Das heißt, unsere Spielweise, Diggi. Natürlich wär's wahrscheinlich weniger, wenn wir jetzt am Rand der Zone spielen, weniger hochschlüssig abgeschossen werden und vielleicht mehr ins Late Game reinkommen, aber da haben wir viel, viel weniger Kills und viel weniger Action, Bro. Das ist nun mal so, Diggi. Wir haben nun mal schwere Lobbys. Ja, wir spielen nun mal extreme Lobbys, Alter. Es gibt glaube ich gerade mal Lobbys, die höher sind, die wir jetzt hier gerade haben. Aber das ist nun mal selber schuld. Ja, ich habe meine Lobbys gleich mal Zeilen. Geht's. Ja, ich habe meine Lobbys! Ja, ich habe eine andere Reibe. Ich habe die Zeilen auf den Weg. 1,3 1,4 1,5 das ist ja unnormal leute wir sind eh schon so ewig lang in so welchen dingern deswegen suchen wir auch so lange genau deswegen ist unsere scheiß suche auch so lange weil wir in so hohen lobby spielen und wir haben das ist halt nur eine wenige prozent weil der spiel da ist als ich vielleicht ein bisschen blöd an da bist ja gucke mal hier ein team bei uns mit drin team kd 7,21 7 8 9 und 6 5 2er team kd 14 kills 11 kills kommen wir mit hier noch so ein team 5er kd 4,6 3,2 kds team kds rede ich von leute von team kds das sind alles profi spieler dicker unsere kd ist zwar schon gut hobbymäßig hier einer der zuge zockt hat solo gegen du alles die gerade aufzieht alles in einer lobby bei uns sieben kommen 04 er spielt so ging du das sind alles profi der mit dem geld verdient digga wir zocken aus hobby und aus laune 7 8 hd 30 dritte team schon leute das war die 1,5 kd lobby alter das ist profi kds sind wir gibt es nicht höhere es gibt nichts höheres wie die kd lobby ist die wieder zocken deswegen hat man ja auch keine lust mehr naja stört mich doch nicht ist ja klar matthi spieler ganz andere lobby sind wir weil die spieler manchmal an der niveau und das ist das böse gemeint das ist aber nun mal das weiß er selber also deine sterne vielen lieben dank hat ich ja wir kennen sie ja nicht anders aber so ist so ist sein nummer ja ich weiß nicht mit dem suchen muss nicht sein aber so wird wahrscheinlich auch gerade wegen server verbindung wird wahrscheinlich auch gerade die dinge sein die server werden auch gerade irgendwie komisch sein können überlassen überfordert ich habe überhaupt was mit ich glaube nicht doch ich glaub hier ist was mit geflogen das weiter hinten gewesen weiter hinten gewesen bei mir ich komme ja unten am hauptein kommt rein war mal ein freundlicher yusuf mit level 11 eine goldene kg nehme ich doch mal mit oben ist noch eine kiste bei dir ja ja mehrere hier in das weiße haus wieder rein also die blicks haben sie jetzt so freigeschaltet ja oder was bester im update für mich dass sie die blicks und co freigeschaltet haben hier aus man war ja möglich ach was wusste ich gar nicht die aufgabe recht beschissen hat ein wundern dass sie ja ich immer so richtig freischalten wollte das sexy jünger nicht geil das einzige update und mit dem wiedereinschicks token wenn jetzt eine wöre lobby spielt auf dauer dann besser studie auch nicht glaube ich alter da ist das einfach zu schwer teilweise aber du hast ja noch den reiz so freust du dich umso mehr wenn du ein windwollstiger weil das viel viel schwieriger geworden ist ja wenn es direkt eine kiste kaufen oder zum einkaufswagen fliegen oder drohne kaufen und die kiste jetzt mitnehmen die jetzt kommt ja lass mal schauen rücken da ist ein shop naja lass schon mal in die richtung oder um alles ohne kaufen wir kommen da hinten runter der das ist erstmal zur kiste hin dann können wir zum ballon zum einkaufswagen kannst du jetzt bauen die du magst als cool oder sind fast alle waren freigeschaltet wurden ich hatte ja alle bis auf die blicksen blickse ich am ding schon gut gespielt und blicksen markus immer noch die meine lieblingswaffen einfach gerade mit irgendwie feiere ich blickse nur an der schussrate und keine ahnung wenn da zwei drei schüsse ja marco besser muss ein bessere feuerrat ich glaube sogar ein bisschen mehr auf short range und blickse halt digga auch kannst auch mit menschen immer mal kurz down schießen und dann wieder weg und wieder dauern und spiel man jetzt hier noch mal die kilo mal probieren das mal zum zum links zum kisten im großen haus ich finde meine drohne brau ob der martin ist jetzt nicht immer weg natürlich die warte woche jetzt ist für die letzte woche da wo es wenigstens gependelt ist jetzt an zwei leute und sind auch klar ich bin einfach irgendwie zwei gespannt und die unterstehen mal wieder richtig schön geile waffen geile taktik hier ein trio squad dann mal gucken was da geht kommt rein habe ich gehört er ist ja nice alter das doch liebe ist doch das alter einer der besten maps kauf du mal eine zweite drohne ein dann kann man die noch mitnehmen jetzt los auch die nicht schon wieder bitte jetzt geht's wieder oder war eine leck nur kurz ja ist wieder kein schwein hier dann ja komm mit dem ballon da können wir auch machen hier und dem scheiß ding da drin man verstehe ich doch mal die die jetzt verstehst du mich vielleicht wo ich am anfang angesagt die lobis facken mich ab wo du reingekommen und sagt ja habt ihr keinen bock jetzt wirst du wie es mir geht wo ich den ganzen tag die scheiße machen muss auf dem landen oder nicht links war ein gegner von uns oder was du hast ja noch eine drohne bei uns war einer ja oben drin ist schon chrissi oben drin alles gut mal die die alles gute schnuck die ruhig daraus junge verstehst du mich vielleicht einfach auch ganz nach die rotze ballern muss wussten der wixer von dem ich kann ich anwesend einer waffe ja das alles sinnlos gerade ist auch hier pushen die bock nicht zu gammeln einfach drufte auf die wichser das mal weg von dem fenster hier über mir und auf blau oben der wird gleich herunterlasern von blau auf hoch chill ich weiß nicht wo du hin bist bro ich seh den nicht mehr ich seh den nicht mehr bro auf dem berg kriegt er auf dem sand blau oben wo sind denn die hin siehst du die von mir ne ne sind die runter vielleicht sind die runter geschaut kann auch sein oder hier auf dem dach von mir unten wo 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 was muss noch einer sein die sind wie gesagt hier über uns berg da hinten oben ja vorher war das auch noch nicht im haus noch drinnen oder war das der jemand in das haus rein der bomber geht den richtig auf den sack da hoch der bomber nefft übel ab bei mir was wirst du wenn ich bin ich so wieder da wo wir den anderen gekillt haben da ein sniper ja digga ich kann jetzt ne platten bitte keine platten mehr unter uns oder ne das machst du danke oder du noch einer rein ich geb dir noch einer digga bombe nerft das ding ab oder was junge das sniper haben doch alle so einen fetten huge bach bekommen das ding aller naja lass ich probieren irgendwie hier rüber zu kommen aufgrund ne dahinten landet auch ne doch nicht so ein gras heim hier dann ich ziehe auch ne platte nehme ich noch mit wenn es geht hier bei uns hinter uns chrissy boah alter wo kommt der jetzt n her das will ich hier auch nicht digga ist das der sniper war ne hat keine sniper gehabt ne noch ne platte drinnen bro naja hier nochmal eine alles gut damit sie jetzt echt rüber laufen oh wie lange ist denn der bomber da oben hat das nun was alter das sieht uns weil wir nicht kalt fühlen ich ja auch wahrscheinlich ne ja das sag ich ja maße bei mir ist es der job das ist halt manchmal nicht einfach digga wenn du den körperlich noch nicht gut geht oder kopfschmerzen hast du dann kommen noch irgendwelche lolos rein das ist halt auch manchmal nicht einfach leute obwohl es so aussieht ich hab noch ne platte bro wir können denn ein ding nehmen ne was den lukzäck oder so erstmal kann man auch machen ja kamikaze irgendwo drauf also erstmal mit dich rein damit wir ein kopfgeld holen bist du ready? sagt bescheid ja ich hab mich nicht geschmissen aussehen du bist ready ja 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 ich kann eine helfe leben im scheißen geflugzeug oh unter uns gegner unter uns kopfgeld auf portland drauf kann man auch machen ja ja abspringen gleich ja 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 Türen sind offen gleich kriegt man eine Drohne wenn wir so wenig Geld machen ist nix hier da feindliche Drohne ist aktiv Drohne? Alter die Drohne wenn wir so nach vorne kommen Digga sieh schon immer gar nix durch die Sonne Bro ich lasse die aus ist lag pushen es kann weiter gehen hinten rum aufs Dach hoch oder so versuch ich auch ah flotten sind hier auch noch oder irgendwo hoch ist das nicht hier? links hier geht das Dach hoch dir auch oder? ne das Dach kommst du oder von vorder raus nie wird raus Mati du alter Pimmelberger ja genieße die Couch genieße es dir und den Felgen und mach ein Tilligen genieße die Kleine ja noch ein bisschen durch aber ich weiß nicht wie lange Junge äh hier links unten Digga ja links unten ok es ist scheiße die Evo ja es ist auch was johu ich muss erstmal kurz Platten geben wo ich euch challengen kann es lag halt immer grün und her ja ja hinter dem Haus in die jetzt äh das letzte Streit ich brauch ein paar Hits willst du abzulenken? ich probier so ein bisschen was zu ziehen ich hoffe der hat mich jetzt nicht gesehen sagt ich glaub den anderen dude frischt mich es kommt noch schnell Bombe an er liegt da immer noch hinter der garage genau im roten auto bevor es lag digger es lag wie hulle ich kann nichts machen er läuft rechts durch oder zweiter ist ich weiß nicht wo der zweite ist die salle weiter bei mir ich bin jeden schuss drauf jeden schuss pro alter es macht keinen bock mehr das game es macht keinen bock mehr das game bro ich gehe fußball gucken die das besser eine ohne scheiß junge kann nicht sein ja mehr gewinne diesen kampf und du kommst zurück an die front doch wenn du verlierst war es dass wir es noch drauf hast soldat du musst dir vorstellen es hat gelackt ich habe angesiedelt ich habe an das gibt es ich komme zu dir runter es sagt er steht vor mir er steht vor mir geradeaus zu und ist stillgestanden das spiel ich immer auf den und wieder nach tod nicht richtig alter alle zwei waren denn jetzt von zwei diesen vor mir alle beide stehen geblieben weil es gelackt hat und ich auch und ich konnte aber schießen und danach war ich tot und ich jeden schuss trofe ich habe mich daneben geschossen alter und geradeaus weiter das ich dachte ich bin da oben ich habe nichts gesehen ja also man kann man nicht noch eine wildcard oder ich habe die bombe beantragen oder was hier geht das alter wo man noch platten für mich zweimal ich habe jetzt hier das land aber eine aussehen danke das neue dank und senks heißt danke auch feine landen er kam insel durchs fenster hier durchgesprungen alter sind da los jungen ich habe jetzt jeden gullach reingeschissen besitze muss die wixer gleich wieder jetzt lag doch kommt gut für mich läuft heute kommen die kommen die kommen ich weiß nicht wie war lex hole mäßig die sind da wo sind die da bro der kuppel rennt da auch noch hoch das leck mal wie die rumlecken digga das gibt es nicht ich habe hier den kurs immer eh nicht da oben kommt ein bomb war da bei den genau rüber guck mal bei den diggi die haben sie den tod die sind tot alle weiter scheiss ist das ärgerlich die können nicht mehr was der für junge willst du da hoch oder wollen wir mal rechts ich lute die ganz kurz da unten bleiben ich komme gleich alles lute ey dicker alter das ist natürlich ärgerlich das soll denn der scheissbomber test kevin man hört dich das beste was du machen kannst aktuell alles klar basti schönen abend noch er kommt noch eine bomb war genau noch mal drüber direkt auf mich hau ab da mit dem ding jungen oh rucksack siehst du allesamt zwei rucksäcke muni kiste liegt doch hier hast du einen muni eier ja ich habe muni ich habe muni kiste auch nochmal mitgenommen hat dich schon auch noch gesetzt kann ich mitnehmen ich weiß muni kiste habe ich bro ok die haben die wargo s haben die da drinnen ja ne ok das ist gut habe ich gehört aber sie soll verziehen wie hulle ich spiele jetzt einfach mal gucken also time to kill soll wirklich auch wie die anderen meterwaffen sein aber ich weiß ich weiß ich hab mir das deutsch gelesen schon wir werden hier nicht mal so groß verzogen wir können einfach mal einen testen ich halte jetzt mal nicht dagegen chat ja finde ich nicht eine schöne aber jetzt haben wir noch mal ein ding wir sind nicht hier weiter am bunker unten aber da kann man nicht wieder raus wahrscheinlich ne lass hier eine drohne kaufen oder dicker da links links den shop eine drohne lieber oder da oben dann kann man schon hoch gehen ja dann wenigstens zum high ground dicker facebook ist kaputt du kannst keine abos verschenken ach kevin alles gut mein schlucklase verschenkt liebe baller ein paar herzen im schalte süßen da freut mich schon sehr ich bin jetzt nicht aber es ist ein neues best nicht normal hier das ist so hässlicher ich was die an service hier haben das ist nicht normal das ist service underground 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 hier rechts ist ein kopfgeld noch hier rechts ist ein kopfgeld noch ist hier der bomber alle weil die tot jetzt ist wäre es durchs haus durch jetzt die fühlt chrissy ich nicht alter ich weiß wir hätten links noch ein kopfgeld haben ja die sind bei uns die sind bei uns im haus dingy los schild break einer habe ich einer kommst wieder runter bro bei mir bei mir nach der tür vorbeigelaufen lass mich kurz platten mit dir gib mir kurz platten der kommt bei mir unten glaub ich nach außen ja guck mal die spielen viele as 44 die gehen die movement meint sie so krass hier ist nochmal ein shop zum werfen schieß mal mit der und beweg dich mal mit dem ding du meinst das wie die ach so das ist ja extrem das stimmt schieß mal schieß mal da bist du noch schneller beim schießen das ist wie bei der typ 100 die ich mal gespielt habe dicker als ob der kompaktgriff der da dran ist die schnell noch krass die haben die as 44 auf range gespielt hast du ja gesehen ja 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 aber ich weiß nicht ob die so geil ist oder dicker da sind wir so bummer auch mal drohne raus da denke ich ach so da sind zwei gegner jo stöbern wir sie auf die haben die ausrüstungskiste gehabt bro ich schmeiß die mal für ghost schmeiß ich die einfach ich kann die rauslegen wenn du willst was ja mach mal mach mal klar aber du hast ihn wahrscheinlich nicht als ghost oder ich hab keinen ghost aber ich hab keinen ghost aber ja scheiß doch drauf oder ich hab nur ding was hast du denn die drinnen overkill dann hast du gehartet raus ich hab auch gehartet raus wenn du die gehartet klasse hast denk dann wieder auf die du hast keinen gehartet ne was hast du ich hab wieder ghost reingetan ach du bist du reingetan ach du bist du reingetan ja aber du gesagt wir sind ja öfters mit ghost dann hab ich ghost reingetan jetzt hab mich ja doch du kleiner format scheiß egal bro haben wir einen shop? ne haben wir nicht ne aber wir haben leute mal da war ein shop zum werfen hier bei den oben dicker aber fliegt mal nicht mehr lass mal long damit ich reinfliegen hier zum kopfgeld oder so ja oder hier auch das kopfgeld rechts da unten meinst du dicker ich will die bei unten ja eigentlich nicht ne äh dicker komm mal nur dein kopfgeld da nicht meins ist unseres ich müsste dann nur mal kurz kannst du mich kurz beschützen ich muss den stream schnappen machen naja den dein stream kurz schließen und ich muss mal an ja ja machen ich muss das jetzt leider ausmachen also sonst hängt es bei mir glaub ich RTF glaub ich jetzt sind meine SIM-Tex weg ich bin so debentlich da gibt's jetzt nicht jeder ich lass mich äh einmal ready hab ich was gehört ja im flug, Alter einen flug мал vor uns hier oben sind die auch oben sind auch Gegner Die ficken die, die fighten, die ja Rechts, dicker, ne Über uns auch noch ein Team geflogen Geil, alter, richtig geil, alter Richtig, richtig geil Das waren die sogar, dicker Wenn wir da hingelaufen, werden wir die Wichser hier sehen, alter Ja, die Bomber kann man selber fliegen, lol Eieiei, digi, da kommt doch nicht mehr raus, bro, Junge Sorry, dickerchen Hab dich schon geholt? Nee Was selber geholt sauber schade ist richtig was aber fällt rauf gerade ja und nicht so gute kilo denn alter er muss nicht viele schüsse drücken das hätte man noch mal ehren kevin in den chat rein leute ist ja unnormal dicker vielen vielen dank kevin wo die einer vielen vielen dank mein sonnstein wirklich unnormal mein lieber bei ehren kevin in den chat das ja unnormal freue ich mich sehr sehr doll drüber kevin ab vielen vielen dank schnuckelhase zock mal im 13 die ist echt richtig gut ja wir haben einen solo netgo die macht richtig bock war ja vorher schon gut haben die köper die genau ähnlich wie die entzetten jetzt haben sie noch mal gebufft ehren kevin in den chat dankeschön die spielt man gleich genau tempos meisterschütze ja na na wo ist denn die dings die blickse in welcher auswahl alter hier ist sie hat sache oder die kann man jetzt schließen schuss oder 5 16 mhm ok ich werde die blicksen ja fertig machen nicht leichter denken kann nicht gut das ist ein stück Clayton kein kann mit dem für 4 wir Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist schlimm, nicht? Sicher? Ja, ja, sicher. Hundertprozentig. Ihre Kampel kam ein bisschen früher schon runter zu uns. Liegt doch ein Toter? Ja, ja, ja. Lass mal hier nicht gehen. Der von vorne. Ah, ich will den. Ich zieh schon so schnell weg, Mann. Und der hat den gefinisht. Anderes Team noch da unten. Gute Hits gekriegt, gute Hits gekriegt. Die Baller hinten noch ein anderes Team. Da hinten ist noch einer. Zwei Teamstar, Bro, ja. Noch einer hinter dem Haus. Das ist so blöd. Ja, okay. So dämlich so. Hast du Wiedereinstieg oder was? War einer, ich hab's nicht gesehen. Nee, du hast nen Wiedereinstieg, sag ich jetzt. Ach so, ja, ja. Warte doch, bis ich da kurz runtergehe. Warte kurz auf mich. Jo, vor mir an der Haustür. Außen. Digga, einer sch... Digga, von zwei Seiten wieder, oder was? Das war der vom Dach aus, Digga. Ich hab nur Pech, Digga. Wie zieht denn der den Fallschirm noch, Digga? Willst du mich rollen? Der wäre schon links gestorben, Digga, Mann. Du Nuttenkind, Mann. Da gerade, Digga, echt, da ist... Nee. Ja, ja. Du bist jetzt im Gula. Überlebe, um erneuer... Da ist doch Worm drinnen, Leute. Da ist doch Worm drinnen, Leute. Irgendwie der letzte Vollidiot spricht dir scheiß Fenster durch. Ja, aber hast du ja nicht davon aus, dass er noch zwei andere Teams kommen, Alter. Dacht ihr das eine Team auf die anderen abgekleidet, dann kommt noch nächstes Team direkt. Ein Kampf hat begonnen. Mach dich bereit zuzuschlagen. Du bist dran. Gula, schon wie ich schaffte euch. Ich bin abgehauen. Achso. Wie kannst du denn da wegkommen? Ich bin gegenseitig gefeiert. Ich bin Gula drin. Ja, ne. Zurweise, dass du jetzt auch drauf hast, Soldaten. Du hast wieder eine Rund. Gut. Jetzt zurück in den Einsatz. Ist das immer noch da? Hier ist noch eine Valley. Wenn der Platte rausgeht. Mh. Unsere Waffen holt er ja oder was. Ja, dann versuchen irgendwie wieder runter zu. Wie gesagt, ihre Kiste liegt auch noch da. Ja, hab ich gerade gesehen, ja. Hast du den Platte rausgelegt, Bro? Hier, okay. Ja, ja. Mp. 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 Ja. Dann gab es einen DP aus dem Gulach, aber... Der ist immer noch da, der Läuft da hinten herum, aber unsere Waffen werden noch da liegen. Der Ballert da vorne. Ich bin da zaten am Rand gestorben. Nee, meine Marco ist weg. iyim Adv fest. Mp. Mp. Die ballern links außen auch noch. Am Shop, am Shop, am Shop. Wir hatten nur ein paar Hits, also... Wo ist denn da hin, Bro? Links weg, links weg am LKW. Nein, im Hangar ist auch noch einer drin. Anderes Team auch noch mal auf uns. Digga, wie sie es wissen, Bro? Willst du mich rollen, Chris? Das ist ein Hecht, die mir hier Squat oder was? Woher weiß er das denn? Hä? Ey, was gibt's grad echt nicht mehr, Leute, Alter. Ja, die lesen das alle wie ein Buch, Alter. Das würde ich nicht mehr, Alter. Das Team ist nicht angeschossen, aber wieder ein zweites Team, was von hinten herangelaufen. So, man teilt hier grad, Leute, Alter. Links waren noch ein Team, die mich abgeschossen vom linken Haus, liegt genau an der Hausseite dran. Und dann kommt der aus der Mitte aus dem Hangar raus, der andere von links am LKW ist doch nicht normal, gerade, Mann. Ach, nee. Ach, nee. Ja, 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 ja. Stuck. Hier ist jemand, Gabbett. Never cyber bier... Ach, nee, das ist... Ach. Ich mache hisands nicht nur noch nicht an. Ach! Ach, Gott... Ach. 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 Hey, glück auf mein Lieber, 94 Sterne Stuckelhase, ein Grüße an die Frau Stefan, von Bayern München hat doch keine Fans, die haben doch nur Zuschauer. Aber ich brauche nicht lachen, bei uns läuft es überhaupt nicht, genauso wie hier ein Scheißspiel. Wo ist denn die Kiste? Wo soll denn der Scheiß? Äh, oben auf dem Dach, oder was? Ein Dach oben. Hat's mit der Seilbahn, glaub ich, irgendwie so drauf. Oder? Die fährt nicht mal die Bahn, glaub ich. Du hast aber oben auch noch eine Kiste, in die Leiter hochgesitze, da war auch noch eine Kiste. Wenn du es bis da hoch schaffst. Ich sage mal, wenn du es bis da hoch schaffst, mein Freund. Halte ich mich fest, da kenne ich nichts. Ja, Mann. Wurfe haben sie auch verbessert, oder wie war das? Ne, die haben sie eigentlich genervt, aber trotzdem sind die da oben drauf, Digga. Du kannst von den Linken, kannst du rechts auf das Ding springen, oder? Auf die Gondel hinter dir. Da kann ich nie drauf, auf das Ding, oder was? Doch, glaub ich. Von der Gondel auf die andere drauf. Oder so halt. TP 9. Alles klar, Mann. Scheiße, ich kann den Fußball gleich wieder rausmachen. Nein, Scheiße. Wird was hören, Männer. Ich kann nicht kaufen, oder? Du kannst mich kaufen, erstmal. Oder ich mach das noch schnell. Ey, Scheiße. Was ist das für scheiß Lupenday-Aufträge hier, Mann? Ich kann es nicht sagen, Brudy. Vielen Dank. Ja, ja. Wie soll ich die Lupe machen? Willst du mir noch machen, oder? Kannst du ruhig runter, wie du willst. Ich kann deine Gruppe abgeben erstmal. Ich meinst du Lupe hin, aber brauchst du nicht da ins Haus reinlatschen? Sind da irgendwo noch Kisten bei mir, Bro? Ich denke, manche wird probieren, ob ich noch eine Waffe kriegen. Wir sind Marco, ne Blauer, deine Helbe. Grüne, Digga, was ist mit dir los? Halt deine Mauer jetzt, Digga, sonst wäre ich noch aggressiv, Junge. Dann guck dir die Farbe einfach raus. Ah, ich nehm grün, Diggi. Okay. Rucksack, willst du nicht? Eine Drohne hab ich gefunden. Dann hebt jemand noch aus. Haben die grad ne Drohne rausgehauen, oder was war das grad? Ich weiß nicht. Ja, glaub ich, ja. So, Digga, was sind denn die Kisten, die versteckt sind denn die? Wir können einkaufen, Bro, denn. Was ich den jetzt hier geholt hab. Wollst du mal die Drohne rausbefolgen? Ja, ja, die kommt schon, Bro. Wir müssen einkaufen, wo wollen wir einkaufen gehen? Oh, ist doch ein Scheiß-Shop hässlich, Gigi. Der soll immer ein Händler richtig ausbringen sein Scheiß-Händler. Ah, Digga, wie viele Leute sind denn hier bei uns, Bro? Oh, schön. Der kommt die Scheiß-Ding hier runter, den Gang. Eddie? Kommt dumm mit seinem fetten Drecksface. Wollen wir ihn hinschmeißen? Hier, irgendwo da hinten hin. Da seh ich keinen auf der Drohne hin. Ich schmeiß die hier hin, Diggi. Ich hab nie bis in die Deck. Die Deckrüder, Alter. Overkill, ja? Ja, ja. Du musst mit der M13 erstmal noch fit kommen, irgendwie. Aber damals schon, ich meine Waffe, ich muss noch ein bisschen mehr spielen. Ich spiele noch eine K, Alter. Warte mal, kannst du einkaufen. Was denn, eine Drohne, meinst du? Was? Von wo denn? Vorne, glaube ich. Von wo genau? Ah, ich seh den Sniper. Wo? Da oben im Fenster. Ich hab halt keine Mu. Gott, ich kriege den. Schießt du auf den Sniper? Ja, ich hab den einmal angeht, Ditte. Es sind 160 Meter, kriege ich keinen One-Shot. Ja, ich hab den weg oder so. Ja, ich hab auch nichts machen. Schildbreak hat der. Digger, er kriegt mich wieder down. Ich bin ja safe. Mhm. Ja, ist halt, Alter. Ja, zockt die Schweizer. Na klar, Diggi. Scheiß Headglitch-Fotze, Mann. Ich spiele das Berlin-Dingel, wäre jetzt nur noch, Alter. Die scheiß One-Shot-Kack geht mir auf den Sack. Boah, ich kann nicht mal nebenbei Mucke hören, Alter, weil das kein Game-Sound ist, ey. Fuck, da hab ich halt einmal zum Wunder gekommen. Naja, das ist echt blöde. Ja, das ist richtig blöde. Und warum machen die anderen... Dürfen dich die anderen auf der anderen Plattform so? Tja, natürlich. Andere Plattform, andere Rechte. Andere Länder, andere Rechte. Andere Länder, andere Sitten, Digger. Alles Sittenwidrig, Chrissi. Das ist alles komplett Sittenwidrig. Das ist Sittenwidrig, Bosa. Kann ich mir wenigstens nebenbei mal so ein Video über den Dyson anhören. Dyson Q Luftreiniger. Warte mal. Orange, Alter. Einem smarten Turmluftreiniger mit Ventilator-Funktion. Dyson war so freundlich und hat mir dieses Gerät... Wir müssen noch alle in die Zone gemeinsam. Warum müssen wir es jetzt pushen? Ventilator-Funktion, so wie wir es vom klassischen Dyson-Ventilatoren kennen. Abgesehen... Über diese Tastatur könnt ihr den Speck-Modus aktivieren. Da habt ihr die Wahl zwischen Aus... Und von Leute. ...90, 180 oder 350 Grad. Das geschieht von der Mitte aus gesehen, aber später werde ich euch dann auch zeigen, dass man in der App in der Hinsicht noch etwas mehr Möglichkeiten hat. Die fixe Position ist wenig, das kann dabei aber auch händisch verstellen. Auf der Fernbedienung könnt ihr bei diesem Kasten den Nachtmodus abgeben. Fickt euch, Alter. Fickt euch einfach. Fall, ist gut! Das ist eine sehr wichtige Funktion. Denn im Winter zu reiten, wenn ich diese Ventilator-Funktion nach vorne hin, die mich viel gerichtet nicht brauche, kann ich dann den Luftstrom umkehren und das demonstrieren. Es ist keine Klimaanlage. Es hat aber einen Kühlungen für Effekt durch diese Ventilator-Funktion every possible. Effizienter und verbindensvoller als ein normaler Ventilator. Ich habe selber schon seit 5 Jahren eine Ventilator von Dyson, mit der ich auch recht zufrieden bin. Aber es bleibt eben ein Ventilator. Kann ich hier einen Aufpark an? Also ich habe hier ja sicher bei Kohle. Aufträge sind hier an sich. Nur hier ist bloß eine Lupe. Hier in der Mitte der Map hast du eine Lupe. Du hast ja, du kannst ja schon wiederbeleben. Aber die wachen sich schon wieder alle weg. Vor dir ist Sniper geradeaus zu, dicker. Oben auf dem Turm drauf. Er ist genau neben dir, Leute. Junge nicht, hole ich, Alter. Da führt kein Weg vorbei, Junge. Sauber, Bro. Ich sehe da hinuntergeflogen da hinten. Über die Pistole, über dir. Wer will ich? Komm, mach ihn doch weg. Ach, Mann. Ah, Alter. Aber wir haben den Krieg noch nicht verloren. So wenig Schuss, Mann. Ich bin so schnell weg bei der Volksschluss. Das ist echt heftig, oder? Alter, ja. Aber hast du 15, oder? Gibt's nicht irgendeine andere noch? Ja, aber die anderen sind alle so ein bisschen so langsam irgendwie daran. Okay. Der ist alles so dieser runden Max dann nur noch. Mhm. Na, da würde ich schon. Komm jetzt mal MP noch mal rein. Ja, ein bisschen snipen. Wenn nicht, blub, was gibt's denn überhaupt noch? Wo ist denn jetzt hier unsere Typ 100? Typ 100 ist wo? Bin ich so blind, oder? Was kamen die schon? Ich bin ganz oben dabei, eigentlich hier. Da hab ich jetzt Bock drauf, die zuck ich jetzt auch. Aufschlussbooster. Das ist extra noch ein Lauf, der auch. Gehgeschwindigkeit beim Zielen ist der leichter. Gehendruf. Kompaktruf. Rollspitze. Liefer. Gehgeschwindigkeit beim Zielen. Altgriff. Gehgeschwindigkeit beim Zielen. Flink. Und schnell. Mit dem Wölmau-Mau-Mau-Mau. Ist schon wieder so heiß. Ach, die du, Alter. Ich bin in mein andere Zimmer reingegangen. So kühl, ey. Dann schön Witter durchgezogen. Riesenunterschied, ja. Und ich hab hier nichts stehen außer den Scheiß-PC, Alter. Vielleicht diese zwei kleinen Scheiß-Bildschirme, aber die machen... Ja, dann wisst ihr, wie's bei mir ist, sogar. Wo sind der Scheiß-PC und du hast noch einen anderen PC und... Monitore, Lichter. Alles, Dinge, alles. Hier wieder einen Wichs, alle, ich glaub's mir. . Das war's. 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 ich glaube ich schließe ich an mit dem Max Pascal mein Schuckelhase Dickeychen vielen Dank für deine 50 Sterne und sorry fürs lange erwarten Leute ich kann es nicht ändern diese scheiß Gern fackt einfach ab gerade Alter hey Vielen Dank. Es gibt es doch gar nicht, Leute. Das ist doch sowas von heftig. Andreas, grüß dich, mein Lieber. Es geht ganz gut. Wie geht es dir, Schnuckelputz? Die Scheiß-Warte-Zeit kurz einfach ab, Leute. Was ist da los? Blockade? Hihi, sorry, ihr habt es schon geladen. Ich weiß nicht genau, was du meinst, Bro, Schnuckel. Oh, Digga, ist da ein Fickscheiß hier gerade. Wenn man Amex nochmal aus Spaß rennen macht. Amex und Maguera. Oh, das ist schon mal schaffst du in der Zeit locker. ... server wahrscheinlich überlastet müsste wieder gehen mit lobby finden bei sony mir klappt es ich denke auch dadurch dass wenn ein stream läuft immer gut ist schön zu hören andreas mein lieber vielen dank der kompliment ein schönes wochen natürlich an alle von euch leute morgens himmelide und sonntag geht es immer rund das open lobby geplant haben wo die star ist open lobby geplant so bester mann decker dankeschön für eure sterne pascal und andreas den dicken schmerz aufs auge vielen vielen dank wir gucken jetzt mal aufs klappt mit suchen aha jetzt geht's doch das ging auch hierbei einigermaßen schneller als gerade eben das doch schon mal weit wert oder du man trägt das mal als favoritenklasse einstehen die amix ich denke schon mal sagen ob das das bockt oder ja ok ich habe ich nicht mehr das war dann schau geht es auf jeden fall besser als gestern was hast du welchen schaft spielst du bei der marco na den mittleren den pfeilt ich spiel aber den vorletzten lauf der bewegungsmovement lauf oder den letzten mit der schussrate war es dann natürlich die amix kreieren schon recall alter kann man gar nicht nie richtig ruhig halten marco holo holo mal mal das ist ein scheiß marco polio im klassenzimmer eine schrattende marco und dann holo die schrattende raus marco polo morgen die zone ist fest drin was ganz anderes mal was junges was frisches alter brand new 100% original digga let's go lebenslangarantie alter die isoten alter digga lebenslangarantie junges sunglas ist beautiful sunglas das ist zwei Tage kaputt digga alter der hat dich nicht mehr gesehen danach was bei mir hast du keine gekauft nee hast du belegt nee nee alter was sagen sie 10 euro am ende bist du bei 2 euro nimmst du trotzdem mit alter digga scheiße man junge hier haben wir einen lame alter hinter mir schon mal so ein hobbel digga hier unten live marker die fliegen auch bei mir mit digga hier kommst du mir rüber too late digga tsch der kommt von vorne ich hab keine waffen gehabt chrissy sorry alter was soll ich machen man guck dir den damage an den wir haben ich hab bloß eine pistole man der digga ohne scheiße die hat der digga die labert hat die typen mit anderen typen gehört wenn du hier gewinnst geht's zurück aufs schlachtfeld jetzt muss da mal was funktionieren alter ja es ist zeit soldat mach sie fertig jetzt lang sind wir die mit näher endlich ab ja ich bin gleich wieder da egal was meine vornachter ab jetzt kommt eh gleich du erhältst deine ausrüstungslieferung das gas ist hier auf den fersen das gas ist hier auf den fersen marco ok wir haben noch Kisten im bunker oder abhängt jetzt ab da kommst du eh nicht rein die Kisten im bunker wie gesagt ja achso das hat keiner was so scheiße da oben drauf digga ja ja wir wollen sogar rechts umschreien wir wollen uns hier außen rumschreien ja ohne platten kopf geht das mal annehmen oder und hier meine muni ja muni hab ich voll mp alter ich hab alle muni voll ich hab alle muni voll warum denn das alter und was denn von allen oder was ich hab auch kein Auffällen drin eigentlich bei der marco ich hab auch kein Auffällen drin eigentlich bei der marco ich hab auch kein Auffällen drin eigentlich bei der marco ich hab ja nichts Glück gehabt das kann doch huh Vielleicht könnt man noch ne Drohne, ich hab ne Drohne. Können. Zünden die mal noch nicht, die feilten da vorne. Ehh, schön ja. Jaja. Eine Kist durch. Feindliche Drohne haben die rausgehauen. Scheiße die die. Sind im Auto schon glaube ich. Junge Elber. Weiß nicht mit der Amix, ich fühl mich nicht wohl mit der Amix. Ne, ich auch nicht. Warum hat die keiner erwähnt? Da wurde ja echt gedacht geworden. Dann Gegner. Gute Hits gekriegt der Dude. Die laufen außen, wenn wir keine Jeepelance, wo wir fahren können. Ne, da sind überall welche Bro. Mal rechts irgendwie drauf. Können wir auch probieren. Was probieren, komm. Und da sind wir da oben beschäftigt. Wollen wir sich nicht außen hoch ziehen? Ne, war nicht. Doch, doch. Oder? Aufzug glaube ich nur. Ne, wir werden den hier beschäftigt. Hinten. Geht auch ein Seil hoch oder nicht? Geht auch ein Seil hoch oder nicht? Geht auch ein Seil hoch oder nicht? Leiter komplett. Servet, grüß dich. Lass meins mit Nvidia einsteigen genau. Ich laufe erstmal auf das Vordach schnell vorne bevor ich schiebe. Nvidia Filter oder an sich entweder die Steamsteuerung. Die Steamsteuerung Brody. Sie sind runter ne, vorne. Hinten nicht, alter was? Er hat ja gar mal ein Trophy aufgeschnitte Lappen. Die geht doch. Da hast du doch geknallt, alter, dass wir die nicht bekommen haben, man. Ich hab nicht viel getroffen, Bro, muss ich ganz ehrlich sagen. ich war ein bisschen drauf aber die schießen von da unten aus siehst du auch wenn ich so mit der amix anfangs zu ballern digga mit dem teil jungen alter vorbei dass das ein jochen ist so alter digga ich glaube das ist nix dass alle spielen meine waffe hat der für deine waffe marco hinfliegen die slypen weiter ja können wir machen ohne kredite zone kommt schon die da muss jetzt eine drohne holen selber genau was meinst du genau ein video einstellen meinst du die filter oder meint so irgendwelche systemeinstellungen ich weiß nicht was zu meins braucht wenn du mir sagst du meins kann ich dir helfen platten würde ich noch mal kaufen digga oder du hast ja welche wollen wir mal prezi kaufen oder was oder das geld sparen du spart das geld hier mal platten bitte danke ne ich glaube ich war auf der großen kiste die waffe ist nicht so meins alter digga das ding zuckt ja richtig alter früher war es wenigstens noch gerecht da hat jeder amix gezockt aber mittel an die scheiß kg alter und was für mich da liegen immer platten drin bro vier stück platten bei mir ist das mal selfie für dich glaube ich in die blaue kg hemmrich dicker hey was werkzugang ich habe einen den brauche ich auch alter ich will auf die kiste sparen ich brauche eine andere wache digga damit wir nicht gewinnen naja jetzt gibt er wenigstens die runde nochmal hier zu ende zeug mit der amix ah da bist du auch oder was Junge das klar kommen ja bist du denn des wahnsinns ich hab die drohne auf tasche willst du irgendwas holen willst du den präziden 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 ich habe berechte das geld da oben fliegt keiner aber lass den nicht leise haben weil den krieg mal nicht leise ist digga am leben nicht digga bist du irre da krieg ich keinen hit getroffen mit dem scheißding so ist den anfängst zu wackeln brrrrrr meine ganze wange fliegt hinterher jungen alter digga hörst mal bildlich vor 3% das reicht noch diggi guck dir die nö ja maximal 30 meter davor brauche ich nicht mit der schießen hör auf das nicht jetzt close-handschwaffe das ding wacke ich weg jungen an den schinken setz ja unten oben unten das ist nicht das oben raus glaube ich hä war doch ne Scheibe grad safe call ich bin grad durch ne Scheibe gesprungen ja die sind hier vorne ich seh nix digga hier läuft da hinten lang zwei Leute die sind jetzt hier hinten ins Haus rein verbündete Drohne in der Luft wer anders noch da unten siehst du ja er ist schon rüber gelaufen einer ist schon rüber gelaufen der einer ist ghost oder was ja einer ist ghost hier hoch ich hör den bei mir im Haus ich glaub unten ist der da unten ich zieh mich mit dem Seil hoch ich zieh den auch nicht mal am Fenster stehen Bro wo ist der andere von denen 11-2 da fehlen die eigentlich schon eigentlich schon glaub ich ja ich hab's beschossen digga ja von dem Hausgeber von dem großen bei dir digga rechts von dir ein Dach oben drauf ich kann's nicht mehr markieren ich kann's nicht markieren digga ja die kannst du knicken digga kannst du knicken Bro ich hab keine Platten mehr ich mach gleich ein Prezi drauf ich hab ein Prezi drauf gemacht was ja jetzt kommt die andere holen sie wieder unter dir war digga das Game ist einfach nur kaputt digga da wurde abgeschossen rechts von mir da wurde abgeschossen rechts von mir eine Dude kommt durch die Blockade nicht durch keine Platten mehr nix wo 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 hier bei mir bei mir ja noch eine raus ja 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 ich höre eine durch digga das war's dafür ich fühle MX-70 wieder digga die hat mich von wo denn die müssen halt nur ab-aimen taurig Dein Teammitglied wurde in den Kulak geschickt und kämpft um eine Chance wieder eingesetzt zu werden Dein Teammitglied hat den Kampf verloren Michael Naseband Alter wie heißt der denn Bro? Oh jetzt wollen sie mich holen Digga jetzt wollen sie mich haben Genau jetzt kommt seine Mama noch dazu Da war der Houdini noch da Digga der Houdini kam noch kam da und siegte ok probieren wir noch mal Ich dachte jetzt setzt er noch an die Tür raus dreht sich um den Ding ist einfach steh ihn weg und raus Bost Digga einfach raus Digga hat keine Platten drin was soll ich machen Alter Jetzt kommt er raus aus dem Sortiment ja Ja sicher kommt die raus ich meine direkt erstmal über das Ding sitzt rein Alter ich zeig ihm am Helio Ich zeig jetzt mal KGM Alter Ja bin ich dabei Bro bin ich doch dabei Chris ist ne gute Sache Das war Houdini gerade Leute wenn ihr wisst was Houdini ist das ist Houdini Die suchen immer noch nach mir Alter die loffen immer noch ein Applaus Die suchen uns immer noch die Spastis Junge Haben sie heute nicht gefunden dann suchen sie noch morgen Die suchen morgen immer noch das darf ich auch Jawohl du Lisa also leck mich da raus der Junge einfach rausgequittet kenn ich nix Digga Da kenn ich echt nichts Leute Kennt ihr mich anders? Nee Den könnt ihr euch merken den habt ihr als erstes gehört Das ist Houdini Freunde wenn einer mal fragen was das ist Das ist von uns Digga das Houdini Wande Alter die Amaguera würde ich trotzdem noch mal zocken Was sieht denn da überhaupt ab? Wie zockt man die wie zockt man die nochmal die alte? Amaguera? KGM meine ich KGM? Die zockt man wie? Mx? Mx? Da kennst du ja eigentlich halt Ja Ich starte schon mal da heute eh ein bisschen Amaguera unbedingt mal spielen aber bin ich nicht so gekommen Digga Kann ich jetzt Fotos schicken? Hat mir heute schon eins geschickt Zeig ich dir mal Digga Schick ich dir mal rüber Alter sag ich Wie wollen sie das begleichen? Ich sag komm schick Paypal rüber Hier warte Digga übelst Junge Digga Richtig beschissen Junge Alter Was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern Alter Ich hab eigentlich probiert Ich hab keinen anderen Termin gekriegt Ich muss auch doch mal bewegen sag ich Sonst steht das bis stö Wo ist denn der jetzt nicht Alter Wo bist du denn hier? Genau hier Also ich mach jetzt hier meine Kaffe die scheiße Ja D.Ü.W. kennst ja ich n Digga Das ist der zweite gewesen Digga Das ist wie so ein typischer Panamil Eieieieiei Und das so Kolee Pandafahrer Ja aber richtig alter Junge ey Haben sie mich in meinem alten Kadett geblitzt Junge Mit 80 km zu viele Lappen ist weg Junge Du guckst da raus ey Du guckst da raus ey Du guckst da raus ey Du guckst da Panamera Mutti Brudi Ach Schakalaka Die denken sich ruhig vor Oski bloß alter Das ist was ich meine keine anderen anmelden mich krieg ich da Junge Ich bin gleich wieder da Brudi Jo Waffen und Ausrüstung prüfen Bis zum Einsatz dauert es noch ein bisschen Feindlicher Soldat in der Nähe Feindlicher Soldat in der Nähe Digga ist doch gut jetzt so jetzt ist es aber mal gut da So blöde Sau Ein bisschen Snipern Ey wie kann man da oben abgaben wenn das eine Vorrunde du Fatskopf Das ist nicht euer Turnesmahner Du kannst ja nicht mal aus der Luft schießen wie mit den allen Snipern Ist ja nicht möglich Jaaach komm leck mich doch Und jetzt ist Schluss ganz lustig Bereithalten für Einsatz im Kriegsgebiet Grüße Mare mein Lieber Hallo Hallo Bro So Da hier Flitzer fahre ein OB kadett Digga OB kadett 800 PS ja Ding Jo was ist das denn da gehts jetzt wieder Bro Keinen, haben sie irgendwas gefixt, Junge? Aber absolut, haben wir ein Arznei raus, aber jetzt haben wir auch keinen Einkauf, waren sie wirklich... Nee, komm, lass uns hier wieder raus. Na, dann müssen wir doch das mal überstehen dann. Na klar. Komm jetzt mal mit, Junge, es kann doch nicht sein, dass du einmal auf den Sack bekommst. Du hast nicht ein Hunde, da. Junge, die soll nicht mal Relay machen, Faust, Faust, großer. Da rennen die Hunde. Die sind jetzt runtergeladen, die Streamlabs da. Ach so, Alter, ne, also, die sind zu spät für 20 Jahre. Nee, ach, ich fühl mich auch nicht bereit, aktuell dazu. Nee, 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 weil wenn ich weiß, wenn du alles mitmachst, kannst du knicken, Digga, Alter. Dann würd ich lieber... Nee, nee. Ja, mach mal, na ja, oder so, oder so, großer. Oder noch mal in Cash Games. Ich würd so gerne im V-Chain, Alter, ohne Witz, Mann. V-Chain müsstest du machen, ja, hab ich auch schon überlegt. 0,02, das muss nur ne Kommastelle weitergehen, irgendwie, irgendwann. Ja, das wird's doch irgendwann, da brauchst du bloß 100 investieren, kannst du 100.000 draus machen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, ne, Platte rüber wachsen. Ja, aber Ada kommt auch hoch, Digga, wirst du sehen. Mist nicht, Alter, ich. Ach, lass warten. Habt du gehört, das ist zu langsam, ne? Wir würden langsam Step by Step wieder hochgehen, den muss ich erstmal erholen. Ja, bitte langsam, man sich von dem System her, das ist noch zu langsam, und hier zu. Ja, klar, das kommt ja noch, Digga, Alter. Ja, wahrscheinlich, ja. Dann lässt du noch in... Hier drüben ist da, hier blau. Blau, okay, ich komme. Was läuft hier? Zwei? Chill mal, chill mal, Chrissi, chill mal bitte, Bro. Ja, natürlich, chill auf. Ich hab' ne Drohne gefunden, Bro, ich komme. Wir können abfangen jetzt, wir werden gleich hier rauslaufen. Ich schau' Drohne raus. Oh, bei mir, Jo. So. Drohne beginnt Überflug. Zwei, Digi, zwei. Chrissi, Brodi. Ach, Mann, ich... Ach, Mann. Ohne Scheiß, Digga, Mann. Das geht mir auf den Sack, das Game, Mann. Nicht der Hohensohn hier in der Runde, oder wat? Digga, ohne Scheiß, Mann, Digga. Geht mir auf den Sack grade. Oh, dann hab ich die Drohne raus, hier den Pfotzensöhne, Alter. Drohnen Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Ort. Ach, ne, da kann ich grad echt abticken. Ach, Marcel, Digga, heute nicht, Digga. Heute hab ich keinen Bock auf so ne Sprüche grade, ehrlich nicht, Digga. Das Game fuckt mich einfach ab, Bro. Heute nicht, Diggi. Heute fuckt's mich einfach ab. Zeit zu kämpfen. Mach dich bereit, dich zu schlagen. Du bist dran. Na los jetzt, Alter, du stehst doch da wie ein Hobbit, oder wat? Nee, hinter mir kam die, wo wir gelogen haben. Wenn du hier gewinnst, gehst zurück aufs Schlachtfeld. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Es ist Zeit, Soldat. Mach sie fertig. Ah, Mann. Ach, ja, komm. Zu zweit. Die ist da abgämt, oder was? Nee, hinter mir kam die, wo wir gelogen haben. Wir haben noch ein paar andere Team hinterher gelaufen. So. Florian, Navin, Kati, gute Nacht. Was meinst du, kannst du doch gehst so runter, ne? Oh, warte mal, wo ist die? Ja, kannst du machen eigentlich. Ich hab mich hier abgeschossen. Hier vorne. Blau. Mhm. Mhm. Echte M, Alter. Ich hab so nen Sniper jetzt genommen, Alter. Nice. 2 down, ja? Ne, einer. Einer, nur, das war aber Team Vibe. Also, bei mir waren es 2, aber. Die haben mich, glaube ich, selber bekriegt so ein bisschen. Was denkst du denn, Julian, Digi? Ah, Alter. Jetzt hab ich die falsche gelassen. Ich auch, Digi. Frontantrieb, Digi, Attacke. Peter, grüß dich. Vorratskiste lokalisiert. Position sicher. Die haben hier ne Kiste geworben, ein Einkaufsding, glaub ich. Wegpunkt markiert, Bewerkung. Ja, da kommt, ne, da kommt nicht. Na ja, das ist eine normale Kiste. Kann ich hinten nochmal Platten holen? Das ist auch ein Geldding. Ja, ja. Ich geh in das große Haus mal rein. Aber du brauchst das Geld. Ne, ich brauch Platten, komm. Digi gleich noch. Was für Scheiße, Digi. Die gehen die über uns holen, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein gewaltiges Problem. Ja, die kommen über uns, Digi, glaub ich. Ich glaub, ja. Bin mir sicher, was war denn das gerade da, Alter? Was war da drinnen, Digi? Ja, rechts neben mir, Bro. Und Larry getroffen, oder? Ja, ja. Bunkerkarte liegt hier noch. Hat da noch einer? Platten kriegt die zwei Stück. Das sind wir uns der andere, Digi, der fliegt da drunter. Der fliegt zur Kiste, glaub ich, oder? Niedurch aufm Dach, ja. Granate ist raus. Links kommt auch noch einer. Feindliche Drohne ist aktiv. Ey, er weiß es halt genau. Er weiß es genau, Mann. Wo ich wieder hochkomme, Alter. Ey, dreht sich perfekt um. Digi, er will ziemlich flachsen. Ja, ist doch gut, ihr kleinen Muschis, Alter. Egal, Chris. Nee, Chris. Es macht einfach keinen Bock mehr, Alter. Nee, 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 nee. Sack, Alter. Du brauchst den Sack, Junge. Das ist echt nicht mehr normal, Digi. Das ist heute echt ein richtiger Scheißtag. Das ist ein richtiger Scheißtag, Bro. Mhm. Ein Tropofly 1.600. Absolut, klar. Du kennst dich aus, mein Lieber. Im ersten Gang zieh ich bis 200 hoch. Das ist für ein Kombi. Der hielt ja wie hoch. Jo, Digga. Ist auch einer der legendärsten Videos. Aber richtig, Digga. Der übste Sau, Alter, Digga. Der sich umreden. Und der andere sitzt im Porsche und denkt, mein Kuppe, ich find's scheiß Porsche. Der wird von alten R6 übergeholt, Junge. Der hielt ja wie Sau. Der hielt ja wie Hölle. Aber richtig Terror. Der macht ja richtig Terror. Das ist echt geil, das ist das Video. Und ich kann auch ne Kack. Jo. Da, 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 da. Waffen und Ausrüstung prüfen. Bis zum Einsatz dauert es noch. Ah. I don't give up, Melle. Wenn wir mal die einmal, wir euch auch noch mal testen. Die krieg ich auch noch mal ordentlich. Feindlicher Soldat in der Nähe. Gebe dir Deckung. Feindlicher Soldat in der Nähe. Das Training ist vorbei. Mal sehen, was ihr gelernt habt. Wo willst denn jetzt sterben die? Leiten wir neben dem Street. Alter, Turbo-Gockel. Wähle einen Einstiegspunkt für dein Team. Zur Sicherheitszone vorstoßen. Das Gas nähert sich schnell. Jetzt haben wir gemeinsam. Abfangen und die Fracht beschlagen haben. Und welchen mit, ja? Auf dem Dach sind schon welche gegenüber dem Haus. Ich stehe direkt auf meinen Nacken, Bro. Ich stehe direkt auf meinen Nacken, Bro. Ich stehe direkt auf meinen Nacken, Bro. Und das gibt's doch gar nicht. Junge. Ey Dicke, down Dicke, was ist denn los, Mann? Wie schnell sterbe ich denn? Der hat dieselbe Waffe wie ich, Mann? Ey, ne Leute, ich glaube, ich muss echt auf meinen Kindern machen, aber ich weiß nicht. Junge, das gibt's doch gar nicht gerade. Das verstehe ich nicht. Ich bin schon am Puscheln, er krieg auf die Fresse. Ola. Beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat. Oh, keine Schwächen zu zeigen. Bereithalten für erneuten Einsatz. Wo ist der? Wo ist der? Sauber, dicker. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Eine nur. Ach, gehst du, ist doch da, die Güte. Da können wir noch platten, wahrscheinlich auch. Jo, wir sind nicht. Immer Geld raus, denn ich hole platten. Ich hab dir einfach Geld raus, du hässlern, Junge. Ja. Ja. Das ist echt nicht mehr normal, gerade. Digga, wir haben die letzten Lobby, ich glaube, es ist immer nur 1, 3, 1, 4, 1, 5er Team, gerade. Das ist nicht nochmal normal, Alter. Sehr ehrlich, nicht. Wie weit soll das hier noch geben, Blutie. Du kannst aber dann, das ist ja nicht die geben, Alter. Das ist absolut nicht, Bro. Noch ein Gulag-Token oder so'n dünnen Schiss, Digga. Ich hab mich ja immer sicherer, wenn ich so'n Ding hab. Hast Gulag-Token? Ja, brauch ich unbedingt, ja. Dann hab ich kein Gulag. Ja. Unten sind Kisten drin, aber hier keine Spitze drin. Hier nochmal 5 Platten, Digga. Ich bin voll, ich hab kein Rutschen. Hier, wir könnten Drohne kaufen im Shop hinter uns. Hinter uns oder bei der, beim, beim, beim Luftballon. Und ich habe Lust zu verlieren, ich bin ein geborener Verlierer. Ist jetzt nicht schlimm? Ich glaub jetzt von so'n Fenster abgeschossen werden. Ja, klar. Ja, 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 ich bock jetzt. Mein Vater, du bist ein originaler Verlierer. Nicht wahr, das ist eine. Oh nein, 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 nichts kennen, du. Ich brauche noch ein wenig Zeit. Oh, hier haben sie einen Ding, sie wollen einen Radaraufsteuer, aber idealer Standard. Bomba. Bomba. Die großen Dinger, ob da fliegen kann, wenn wir nämlich rollen oder was, Digga. Wenn wir die Kopfhörder weg haben. Komm schon mal zum Seil, es geht rund. Was, bei uns ja unten, Digga? Was tun du da, Junge? Hat er sich verlaufen oder was? Hat er sich verlaufen oder was? Oh, ist fötzköp, Junge. Moin. Ich krieg den König. Ey, wollte mich nicht. Jetzt ist nicht normal die Schnauze einfach nur, du Radarstörer, du. Du Radarstörter, das Kind, du. Hier, lass mich hin. Jetzt maul. Maul. No, jetzt n Ufazkab. Ey, das ist doch auch inner... Ey. Ey, wie? Haben wir nicht einen auf Bro, Alter, du Ufazkab, Junge? Die kämpften jetzt deinem Haus oder was? Ja, natürlich, Alter. Ja, was hast du denn? Hier, ganz auf den... Habe ich gestunnt, glaube ich, mit Termite, ja. Mit Termite gestunnt. Hier, jetzt unten ist der. Ich habe mich selbst betäubt, Digga. Der ist nicht tot, der andere? Einen habe ich. Habe ich beide. Anderes Team noch, Digga, glaube ich, von außen. Anderes Team, glaube ich, noch. Rucksack hier oben. Ich habe einen. Was, Nebula? Die sind aber alles sowas vom Niveauhochspielers. Das ist ja nicht normal. Das ist nicht, ja, ist so. Du triffst gar nichts mehr, die so Movement, Alter, haben hier. Junge ist das schwer. Also, die Deppen wären hier, die im Raum drin stehen geblieben und hätten nichts gemacht, aber das... Du weißt schon, wenn du auf Drohne hast, die still im Raum meistens, Digga, dann... Ich weiß nicht, Alter, das ist keiner mehr, der einfach nur wegläuft. Die Movement, alle, die ficken dich, Digga. Die wollen nicht mehr abhauen. Was ist das hier? Hast du ja noch eine Kiste dran? Wie hast denn du gelootet, du dumme Sau? Jetzt hast du deine Schuld, die macht dich kalt, Alter. Löst dich ein Säure auf. Was ist denn das? Hab ich doch nicht. Oh, wie der? Oh. Den nimmst du, weil ich hab ein Gelach noch. Was ist das? Ja, danke. Ich hab zwar ein Gelach gehabt, aber okay, nehm ich mit. Und dann nimmst du es einfach, oder was? Ja, klar, wieder Pleutiger, weinert. Was ist denn angeboten? Was kapiert? Nimm die Kohle, verpisse dich. Würde ich mich nicht mehr sehen, Alter. Das Scheißding kommt, die Drecksbombe, Alter. Oh, die sind ja noch hier außen, ist einer. Ey, wo ist denn der jetzt, Digga? Da unten. Ich hab'n Berg ab der Big Summer. Wo sind denn jetzt hin? Das sind zwei, Chrissy. Hier aufs Dach hinten drauf. Ja, ja. Lauf mir genau da hinten, Diggi. Wir haben uns schon gut gesehen, Bro. Chrissy, kannst du mir helfen, Bro? Oh, ich hab'n Grad zugekriegt. Ich bin ein Grad zugekriegt, den ein, Digga. Was für ein Niveau, Junge. Was für ein Niveau, Bro. Ja, vom anderen Stern ist das, ja. Ja, danke. Von anderen Sternen hat ein Niveau, Rosa. Hallo. Hallo, hallo. So, und jetzt wird er auch noch schon wieder weg und nichts. Ja, wir können Richtung Dings gehen. Da haben wir einen Powerplant oder was, ich weiße auch nicht. Ein Ballon zu Powerplant fliegen. Immer oben drüber gucken. Sonst hab ich noch eine Bunkerkarte. Ja, ich weiß es auch, aber so, weißt du. Ich stehe, wir können auch Helikopter nehmen. Bisschen gegenantart, der Heli. Bunker Scheiße, kommst du rein, kommst du nicht wieder raus. Aber, ey, Digga, wisst du, wenn die die ihre Schuld nicht zahlen, machen wir so keine Aggressie. Na los, Junge. Falls du Köppel, alle, Mann. Muss ich reparieren? Natürlich, den Karsten. Du musst reparieren, Großer, du hast die Kohle hier. Reparier den Scheiße. Ich bin doch hier mit dich nach, Digga. Ich stehe wie eine Fotzi, halt. Das ist doch nicht... Na, hör mal. Wo sind sie denn hier alle? Hier ist ein Störer. Da hin oder was in die Richtung, ja? Ich weiß, zwei Titten mag ja überhaupt gar nicht. Nee, nee, nee. Ich bin zu oben drauf auf jeden Fall. War unförmig aus. Ja, ich sehe dich. Liga rechts auch. Bro, Alter, wir sind mitten rein geflogen, Alter. Sind wir echt die Hurensöhne hier gerade in der ganzen Runde, Alter? Ja, nee. Gehen wir auch noch zusammen. Alter, das gibt's nicht. Wie hab ich auch gelasert, Digga? Ich hab einen genockt von denen, ja. Ach, weiß. Wir müssen eine Pistole zu machen. Den auf dem Berg hab ich genockt. So, ich bin eine scheiß Pistole, denn ich warte auf deinen Gullach, Alter. Ja, die sind immer noch da. Ja, die sind immer noch da. Die looten unsere Waffen weg. Jetzt rennen sie runter zu den Titten. Ne, eine Pistole habe ich renne jetzt weg. Ja, wahrscheinlich, Digga. Ich geh mal hier runter. Was, die waren nicht gut, als die mich gelasert haben? Ne, meine Waffen haben sie nicht genommen. Schilder sind weg. Deine Waffen liegen hier. Die laufen da hinten, laufen die. Schildbreck, der eine. Schildbreck im Haus drin, alle beide. Ich hab die verfolgt, Digga. Was ist das denn jetzt? Ja, ey, Junge, vergisst du mit dem Scheißdinger, du Nüttenbengel, Alter? Komplett meine Waffen genommen. Dann kriegst du von mir hin ab. Ach, mir lieber die da vorne weg, bitte. Hier, KGM. Latenarion, die noch. Der hat mich komplett gelasert. Ich hab mich auch gut, die Grüne. Ich hab mich schon gesehen. Warum schießt denn der Wigstein hier auf die anderen, Alter? Schildbreck. Schildbreck, Chrissi, ich bin low. Hast du mich wieder im Leben? Oh, no, 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 no. Einer war... Die kommen, oder? Ne, ne, die waren noch hinten. Einer hat Schildbreck gehabt. Ja, er hat mich komplett aufgehendet. Die kommen, die kommen. Steps, steps. Schildbreck, einer. Ander war auch low. Jo, beide weg. Einkost. Ich hab dich zu killen in der Strecke. Ja, da. Die Aufstieg haben wir auch nirgendwo. Bunkerkarte hast du noch? Jo, dann geh ich zum Bunker rein. Und das Quad einfach in der Runde. Genau. Und das Quad fahren. Machen wir so eine Laune, Dicke. Du hast dich nicht wieder irgendwie, weißt du, fahren? Nein, Chrissi. Du hast du sparen von so komischen Sachen. Nee, nee. Ja, ich weiß. Das ist doch nicht mein Auto, dass wir hier nirgendwo haben. Es dreht gleich wieder gesperrt, wenn ihr wieder Fotos von dir macht. Wahrscheinlich, Dicke. Das ist los, Dicke. Ich fahr mal nackig, Quatsch. Ich seh die Eiern wabbeln, Junge. Richtig. Richtig für den Stehen. Wir haben noch, Dicke. 3% wieder betreut. Es läuft, Kevin, Dicke. Du bist ein Talent, bist du. Na, das ist doch schon eine Lute, der Schmutz. Da fahr ich viel durch. Aber da kenn ich nichts. Oben ist ein Kopfgeld. Hier ist das Kopfgeld. Kopfgeld hier markiert. Mach sie fertig. Richtig holen. Mach die doch weg, Junge. Ist doch ein Juder. Du hast ein Juder, sagst du, Mama. 3 Spritzen, das ist ein Termi, Junge. Termi haben die auch gebufft, anscheinend, oder? Ja, ja, ich glaub schon. Was geht's denn? Hä? Ganz klarer Fall von Houdini. Wie geht denn das? Die haben Störer aufgestellt. Ja, genau ein Störer dabei. Aber das Kopfgeld ist aber weg. Ja, ja. Warte, aber gerade noch hier das Kopf. Wie geht denn das so schnell? Gleich war's wirklich. Hä? Das macht keinen Sinn. Hä? Aber kein Flugzeug, kein Auto, kein gar nichts. Nö. Ja, die Fighten da. Mach's doch schon. Komm, ich hier. Das war's, Digga. Im Squad und verfolgt die. Die kriegen Cluster ab. Die anderen meinst du, oder was? Ja, das Kopfgeld kriegt ein Cluster ab, gerade. Kopfgeld. Wie kann das denn da hinkommen? Ich verstehe es nicht. Dann sind die geflogen, eventuell wirklich schon mit dem Fallschirm. Waren die halt da, kann man auch sagen. Weiß ich mir Fall, ja auch. Das machen wirklich. Ich fahre in den Bunker, in anderen Bunker, nach Fields. Ich fahre nach Fields, Digga. In dem Sinn. Na 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 na. Moin, Marcel, ich grüß dich. Ist das nicht mehr drin, auf jeden Fall. Fields ist nicht mehr drin? Ja, nix. Aber das Kopf geht jetzt hier ausgeschaltet, der Loll. Aber es kommt doch nicht auffüllen, da kommen die Kisten wieder. Weiß ich nicht. Ich glaube doch, es kommt doch nicht auffüllen. Und die ganzen Goldner kommen dann wieder. Ja, ja. Jetzt, oder? Ist hier über dir? Kiste, glaube ich, irgendwas geschmissen. Das war's. die sind alle nur am gammeln alter digga ausreicht den shop hinten der shop ist noch ganz in sich der hat sich der shop einmal zu viel zu wenig wieder runter die gar nicht so lange kommen danach noch mal ja die zonung ist ankommen dann auf 36 sekunden die ist darunter ich hätte die kgm rauslegen oben drüber so eine kiste drinnen eins oben ist die kiste drauf den platten noch drei stück und ich legte meine kgm raus die hier ein bisschen muni alles von mir platten hier oben mit platte erstmal rein digga blau oder was eigentliche drohne aktiv da hab ich jetzt nicht gehört hättest doch buggy erz oh was euern sniper? jo und wo? keine ahnung cocktail vielleicht ich weiß es nicht hey spring lieber direkt da runter bro kostgeld glaube ich sogar alter noch mal ne platten digga schussverkauf ja was könnte man kaufen wir haben gegen jeden reicht niemand für ne drohne hier digga der scheiß die ist der kompletter runter wenn die zonung angekommen ist also geht erstmal los platten kaufen ja 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 hier nochmal platten blank erstmal für mich vielleicht zwei platten rauslegen ich soll noch mal einen platten kaufen können mongo sollen mir Geld machen dann bin ich doch voll du hast du sechs wirst du mir Geld machen oh digga vor uns dann immer die platten wieder rein chill das gas breitet sich aus ich hab gulach gulach ich bin einfach zu greedy immer alter alter mal grüße das ist der gulach überlebe dann darfst du wieder in den einsatz warte ab jo die wissen es genau wo ich sitze ja aber komplett genau ja den scheiß herzen wieder haben alle herzen ich weiß nicht ob wir am Anfang direkt ghostkiss draußen sollen ein zweiter auf die rück ich hab ja komplett voll geeks glaube ich ja naja eh nach untereinander bin ich weg yes wenn du hier gewinnst gehst zurück aufs schlachtfeld verlierst du ist dein kampf vorbei beweise dass du es noch drauf hast soldat oh hieß wohling er hieß wohling sagt er wohling was ist in wohling alter wohling oder na klar wahrscheinlich nicht ich wohling er läuft da rum alter im guller riebe der steps hat nur über zehn kilometer nach wie denn alter digga na klar wenn wir so nicht in anderen antworten werden wissen dann cheater oder wohling na klar sag ich doch nicht anders digga sag ich doch nicht anders wenn er besser als dich dann cheater der auf jeden Fall das hat die LaktICHs war einfach gelackt ja war genau drauf was denn ich gesehen hast du vor sich sein wo kommt die kisse runter ich hab nicht viel besser bei den spieler hausverteilt ja klar digga hausverteilt war früher schon immer so war genau drauf hab ich gesagt war genau auf dem kopf habt ihr es doch gesehen alle mannen ne keiner hat gesagt ne na das nicht ganz so bei dir hat sich keiner getraut was zu sagen Alter was ich nein hör mal einfach mal zu quäken was damals, Junge, die Pussy, Junge. Also ich war noch zu jung, um was zu sagen. Das war noch zu ein, Junge. Das war doch ein hartes Regime, Alter. Alle verängstig, Junge. Also, nee. Das war so krank damals, Alter. Das war so krank. In deiner Wohnung da oben drin, Alter. Aber Pablo war ein Kind gegenüber zu mir, meine Freunde. Ich hab das Regime kontrolliert. So, gehst du. Ich würde sagen, du warst einfach komplett daneben. Aber damals? Ich war drauf damals, Digga. Alter. Ich wär mehr drauf als alle anderen, Digga. Ich guck mal, wie die alle zu sauer gemacht hat. Außer mich, Alter. Nicht unbedingt zu sauer. Du warst hier am Brudi. Die haben wir von hässlich. Du bist mir grad die Brille wie so'n alter Sack. Mach ich ruhig mal, Digga. Ein fettes Schwein, Digga. Putz ich mir in die Brille. Ja. Wird irgendwo ne scheiß Kisten auch füllen kommen, oder wat? Den Auftrag war's nicht. Ja. Ja. Wo die Storben im Sommerplatten liegen. Mit Fultons haben wir da eh Platten drin. Das ist auf jeden Fall nur der Beste. Die haben wir ein scheiß Herz, Digga. ZV ist schon heavy, Alter. Ja. Ja. Ich versteh' gar nicht mehr. Den trifft er mit dem. Oh. Ich weiß noch. Kohle hab ich keine. Nee. Kohle ohne Kohle. Ich bin nach links weggelaufen. Da ist einer. Die Kiste liegt aber noch. Ja, ja. Da ist nicht einer im Großen. Ja, auf dem Dach war der. Auf dem großen Dach. Mit dem Hoffgeld. Ja? Bro, Alter. Ja genau da. Tschüss. Ich weigere nicht, sterbe. Easy. Was frag ich hier an? Easy, Digi. Das ist ein Orange, Digga natürlich. Einer das Kopfgeld am Ende vom Spiel. Final. Ein weiteres Beat. Na klar. Die Purscher, Junge. Die kommen mit dem Fallschirm. Die sind nicht. Luftschlag. Freigabe erteilt. Hier phoenix 3. Schlag unterwegs. Egal. 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 Ach. Mich doch am Arsch. Einer geht auf die letzte Runde jetzt. Ja. Egal. 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 ich will das nicht bereuen müssen ich konnte in zwei was sagst du dem neuen opel astra mir gefällt er ist gut ich bleibe beim kaddi junge alten kaddi petra dankeschön fürs folgen herzlich willkommen bei uns und vielen dank für die ganzen likes lieben der arz johann hat man alles ohne arz johann ins vergnügen da 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 Ach Diggi, bei mir ist halt nimm alle, alle die du kriegen kannst, Bro. Chill Break hat der Dude hier, warte mal, der ist so low, der ist so low, jetzt kommt sein Kumpel an, will Mutti mithelfen, will Mutti mithelfen, alles gut Digger, ich komm mal so runter, wenn ich meine Wache schnapp mal, die werden mich verfolgen, weißt du, da war schon einer vor mir, ich hab jetzt noch auf dich gewartet gerade, ja der war so low, als ich dämlich hatte, 192 Alter, zwei Schüsse wieder weg gewesen, eine mit jedem, okay. Das Primärziel ist alle Feinde, Ausrüstung, Angreifen, 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 alle beiden. Ah, warte, 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 warte. Ich hab's hier gefunden, Digger, also zum Werfen einen Job, einen Warfshop. Ich geh noch weiter, auch noch umgelootet. Jetzt sind die Juden schon so früh die Bombe ein, Digger. Was hat denn noch hier überall bei mir? Detonation der Nebula 5 Bombe steht bevor, Abstand halten. Bei 6.000 ist eine scheiß Drohne hier. Überhält deine Ausrüstungslieferung. Waren hier noch nicht, ne? Bei, glaub ich, drei, drei Kist. Dann müssen wir eine Drohne kaufen. Wir haben 6.000 zusammen. Wir sind wieder an der Blume, ey. Willkommen, Bro. Hier oben kämmt einer, Digger. Ey, was seid ihr denn für Nutten-Söhne, Digger? Er kämmt die ganze Zeit da oben. Ey, ne, ich muss feiern danach, das reicht mir heute, Digger. Das reicht mir. Ich wundere, dass alle VPN spielen, wir sind Nutten-Kindern hier. Natürlich, Kevin, Digger. Ab 0 Uhr. Ab 0 Uhr kommt die Werbung, Bro. Das gibt's nicht, Alter. Das weiß ich schon, Alter. Ihr seid Nutten, Alter. Ihr seid richtig in Nutten, Alter. Nur um Gammeln, Digger. Ja, außer aus Nutten, Digger. Pissen sich da ein in ihrem Scheiß. Wir müssen, dass keine Steps da sind. Wollen wir mich nicht wundern, Digger. Ja. Ich glaub, das waren drei oder vier Kisten. Oh, geil. Wird schon. Wir machen Village einfach in der Lupe. Guten Abend, Michael. Oh, es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Nee, ich bin... Schlecht, Alter. Aber schlecht. Wir laufen schon da hoch. Ja, mach ich Bock. Oh, Mann, ey. Ich glaub, ich glaube, ich die Tage einfach mal runter poppt, hier, Alter. Mal probieren, Digger. Mit deinem Rechner mal gucken, wie die Grafik ist. Mhm. Ich hab' mal runterladen, Bro. Ich hab' mal auf die Scheiße Scheiße. Jo, Decker. Wird wünschen, gute Nacht, Digger. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Ja, ich bin höher nun. Auch rein, Bro. Tschüss, tschüss, tschüss. So, Leute, ich mach' auch nen Cut, Leute. Ich wünsch' euch noch einen schönen Abend Schlafguss. Freunden wir schon. Das war nicht, habt'n schönes Wochenende. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Morgen ist Family Day. Da geht's ab 8 Uhr wieder ein Puff. Spaß muss sein, Leute. Ich wünsch' euch was. Hab' euch liebe Süßen. Bis Sonntag heute war's noch richtig her. Trotz'n Tag, bis auf einen Wind am Solo. Ist ja nichts gerissen worden. Nichts gerissen worden, Mann. Ich könnte heulen. Ich könnte abdrehen. Ich hab' Angst von mir selber. Saftgut. Träumt was schönes an Modis. Oh, jetzt ist Schluss. Ja, Moni. Reicht schon heute. Ich bin doch nicht hundertprozentig drauf. Ich muss ihn noch ein bisschen erholen. Jetzt ist meine Stimme und mein Hirn wieder da, als ich ein bisschen mehr Sauerstoff habe. Träumt was schönes. Wir hören und sehen uns am Sonntag spätestens wieder. Denkt an Sonntag auf dem Lobby, wenn's Internet nicht wieder abkackt. Oder ich nicht wieder am Kotzen bin. Tschüss, 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 Freunde. Gutes Nächtle. Gutes Wochenende. Bye-bye. 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 Bye-bye.